um nachher um dann kommt so alles live schaltet oder nicht nur anzeigen weil so muss ich nie wieder aufnahmen abspeichern in Twitch so es müsste rein theoretisch jetzt live sein das wird noch als offline angezeigt ach da ja so es müsste rein theoretisch jetzt live sein alles ist da das heißt wenn Hacker da ist habe ich alles dann öffne mal dein Inventar, schließt so ein Inventar, dass du wenigstens gezeigt hast, was du in Inventar hast als ob ich jetzt meine Leerschnelltaste einstellen will, was ist denn so ne Scheiße keine Ahnung und ich muss sagen mit Dings streamen also hier mit Shadowplay oder Streaming wie man es jetzt nennt, keine Ahnung das ist eigentlich auch gar nicht so dumm ich meine es sieht kaum FPS und Ping dann komm, zeig mir mal meinen Ping dann komm, zeig mir mal meinen Ping na gut statt 28 habe ich 35 okay geht wieder runter, aber so ca. zwei Millisekunden mehr so ne Gigabyteleitung wär doch geil oder? Ping von einer Sekunde das wär geil oder? das wär geil oder? die Farm wieder ich fahr dann auch hin, aber ich muss mir erst mal ne Waffe kaufen so Offer oder hab ich? der große Rucksack kostet 45.000 6958 45.000 für so n Scheiß Rucksack, naja was ist denn? was ist denn? was ist denn? was ist denn? wie bitte? geht es vielleicht ein bisschen freundlicher? ja könnten sie auch bitte sagen nö das heißt das ja was für Bürgermeister sagen sie mal bitte dann fahr ich das vielleicht weg was will das denn? sie können ja sie können ja gerne hoch zum Administratorbereich kommen kommen sie mal zu Max Black und Marvin Cryptex, ok? kommen sie gerne hoch ja wie schmerzt sich denn gerade? dort oben im Funk reden, wenn sie möchten, ja? vielen Dank also Funk, wissen sie Bescheid hoch zum Administratorbereich, ja? danke wer hat sich ein Beschwerd? was wollen sie denn jetzt noch von mir? wie heiß ist er denn? der Martin, ok diesmal bitte den Martinhof gleich ich muss kurz kaufen im ATT gut, weiß ich Bescheid was ist jetzt los? zieh den mal bitte hoch wo ist er? Matt? ja Matt was moved to your Chanel ja, willkommen in der Wanderhebby hallo ja, einer wollte von euch mit mir indirekt reden, ja? ja genau ich ja, also musst du aufpassen, ne? also, wenn du Supporter hast, die greifen da knallhart durch ja das ist du hättest ja mal bitte sagen können dann wär ich vielleicht weggefahren ne 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 das ist so hat der Supporter bei mir früher auch nicht verhandelt bei mir waren es 12 Sekunden und dann war ich weg aber was redet ihr gerade, Mensch? jetzt parkt der auch nicht sein Fahrzeug dann weg, ey du müsstest mal wegfahren, du hast 12 Sekunden um wegzufahren sonst äh sag der da hinten nicht bitte, weißt? der ist so ein bisschen felibel, der ja sag mal, kommst du damals explodieren lassen danach ja ja wenn der Hacker kommt, explodiert eh alles durch die ja, ja ich weiß, aber jetzt hab ich jetzt 12 Sekunden, ne? warte ich mal die 12 Sekunden, ne? eins zwei drei ok, hast deine Waffe rausgezogen, ich hau ab hey, warte, warte, bleib mal stehen darf ich eh nicht warte warte, das was du kannst, kann ich auch ja, ciao ja, die Frage ist wer kann damit jetzt besser umgehen das ist jetzt hier in den Mexikalen Center ja, komm ich jetzt gleich mit meiner Wugel und trau euch alle ab warte, warte warte, du hast da warte, 12 Zentimeter, ich hau hier warte, äh 15 Zentimeter, ich hau hier ja, 10 Millimeter oder so komm, wir drohen den mal du hast bei 5,5,6 und ich hab 9 Millimeter Hier, was guckst du denn so? Hast du noch nie Leute mit ner Waffe gesehen? Ach du Scheiße, schau ab. Okay, ist gut. Ja, lass decken. Ist okay. Was ist los? Ist okay, steck die wieder weg. Ist, ist gut. Was ist jetzt los? Wollt ihr die Katyber her? Der Typ, der ist doch mindestens Anfänger, Alter. Ja, ne, einmal der Katyber. Immer so. Und ein Hemd! Die hat ein Hemd. Wir sagen, wir gehen mal kurz zu uns nem Freund, den netten Dev, und dann lassen wir uns kurz mal ne Lynx legen. Was? Ich geh mal kurz zu meinem netten Dev-Freund und dann lass ich meine Lynx leben und ein Problem gelöst. In was legen? Ne Lynx. Was ist ne Lynx? Ne, 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 ne? Sorry. Links oder rechts? Lynx! Was ist ne Lynx? Warte mal, dürfen wir mit ne Lynx auf dich schießen, wenn wir eine haben? Alter, der Waffenschein ist ja teuer. Äh, 5.000 oder? 35.000. Was ist ne Lynx? Was ist ne Lynx? Also, wenn ich ne Lynx habe, darf ich damit einmal auf dich schießen und dann weißt du, was ne Lynx ist. Was ist denn ne Lynx? Ne Sniper. Oh wow. Genau. 12,7mm, APTS Munition und alles ist weg. Was machst du? Du kannst damit durch n Marshall durchschießen. Jetzt frag ich was n Marshall ist, sonst rass ich die Idee aus. Wie bitte? Dein Spaß. Du kannst damit durch n Marshall durchschießen sogar. Ja. Ja, weiß doch nicht mal was ein Marshall ist. Ja, das hab ich mir schon gedacht. Junge Mann, lass uns den mal raus hier. So, ich hab jetzt ne S. Was fragen Sie denn überhaupt für Kleidung? Sie wissen schon, dass die Kleidung ziemlich, äh, was sag ich mal illegal ist. Ja, ihr habt alle ne S. Ja, macht die Schildgröße oder so? Ja. Nee, wir machen Thunfisch. Ja, mein ich ja. Lohnt sich das? Äh, du kannst das genau vorm Spawn formen, aber genau vorm Verkauf. Wenn du beim Verkauf wirst, da ist ein Spawn, da kannst du äh, Farmen und direkt verkaufen, Farmen und verkaufen. Und der ATM ist direkt ein Kilometer entfernt, das heißt du spawst da. Wobei, ist du unten unter Kavala da? Ja, unter Kavala da ist das direkt das Meer, dort kannst du farmen, direkt verkaufen. Äh, los geht's. Achso, da ist, obwohl es nicht eingezeichnet ist, kannst du da direkt fahren. Ist noch ein Bug. Ja, die wollen's noch, die wollen's rausnehmen. Das ist nicht Abuse, die haben bloß noch nicht eingestellt, dass du das nur in den Feldern formen kannst. Also in denen auch kein Bug, sondern äh, die sind doch nicht so weit im Skript. Ein technischer Gehirnfehler. Ja. Also ich würd das noch so lange ausnutzen, bis es rausgenommen wurde. Wenn wir's mal down sind, Oro. Ich spawne gleich mal einen Kavala, kannst mich dann mitnehmen. Ich? Ja, du. Ich hab auch kein Boot. Ja, es ist, wir brauchen kein Boot, das ist doch direkt da im Wasser. Du schwimmst einfach nur mit Waffen da. Ah ja, stimmt, du kannst ja einfach da runter. Ja, ich muss erstmal jetzt ne Ester holen. Ich warte auf den Waffenlaufen. Kannst du mir ne Ester mitbringen? Ich hab kein Geld mehr. Wow, ich überweise dir das. Ja, ich überweise dir schnell Geld. Ja, dann mach du gut, dann gebe ich ihm das. Ne, warte, das ist dumm, ich überweise dir das. Ich dreh kurz um. Das Blöde ist, er kann mir nichts überweisen, er weiß ja nicht wie ich heiße. Ja, wie heißt du denn? Räumungsverkauf. Oh, wow. Ey, gehst du in der Bulle, der will das aussprechen, ich fang so derbs an zu lachen, weil ich so ein Übersachfläch hab. Äh, ich gebe heute etwa 100.000, sollte reichen. Ja, nicht ganz, 50.000 und dann noch ein paar Magazinen. Ich würde dir immer so, sag mal fünf Magazinen, dann hast du 30 Schuss. Ich hab zwölf Magaziner. Und, äh, ja das reicht eigentlich. Du brauchst, wenn du am Bauch der Schildkröte schießt, hast du einen Schuss, dann ist es getaunt. Ihr macht eher noch Diamanten. Ja. Wenn das echt zu viel bringt mit dir? Ja. Ja. Ja, das ist so, du machst den Rucksack voll, ähm, verkaufst und hast direkt das Geld und dann fährst du direkt zum ATM, der ist ein Kilometer entfernt und damit dich keiner überfällt oder so und zahlst das Geld rein. Wie viel machst du mit einem vollen, äh, mit einem vollen Rucksack? 300.000. Oh, das läuft. Und das machst du ja eben mal eine Stunde und dann hast du ruhig mal eine Million schon. Ja, du hast, du hast eine Viertelstunde und dann ist der Blackpack voll, weißt du? Ja, ja. Ja. Okay, ich lagere das Zeug einfach in meinen Rucksack ein, fahr das Auto. Ja, wobei, ich könnte auch eine Reitoric einfach mit meiner Mohawk fliegen. Du hast eine Mohawk schon? Ja. Ich hab, ich bin grad da beim Trankstellen aushauen. Ich bin der Reitoric einfach bei der Mohawk-Ausbahn mit dem Marihuana fahren und dann, glaub ich, mach ich mehr Geld. Aber, naja. Man kann das ja mal mitmachen. Habe ich grade mal, ähm, 100.000 überwiesen. Hab ich auch. Okay. Viel Spaß damit, junger Mann. Bauen Sie keine Scheiße. Danke für Ihre Hilfe. So. Wie viel kostet Taucher-Sachen? 20.000 würde ich immer mal sagen. Äh, noch nicht mal als 10.000. Ich glaub, Tauchergerät 5.000, Kleidung 2.000 und Brille 500 oder so. Aber 10.000 reichen. Und der Sache unten im Kavala, ja? Fangen wir dann alle zusammen nach Kavala? Ich würd sagen, wir treffen uns am Taucherladen dann. Ja, das war die Idee. Du hast jetzt zwei, ist das dabei? Ja, eine im Rucksack und eine auf der Hand. Und für mich, als ich mag erziehen. Ich wurde gestern von dem Polizisten, ähm, ich war am Polizei HQ. Und er sagt, so kann ich Sie mal vorläufig kontrollieren. Ich so, ja. Auf einmal lachte. Ich frag mich, warum lachen Sie? Gänzt du mal ja das Beste? Die sagen, ich werde Sie durchsuchen. Ich so. Können Sie ruhig machen, wenn Sie das aber machen. Äh, treffen wir uns bei Ihrem Vorgesetzten, da ich dagegen bin, mich durchzu... äh, mich zu durchsuchen. Was macht doch? Durchsucht mich. Zwei Minuten später war ich bei Ihrem Vorgesetzten. Ja und, was hat der Vorgesetzte gesagt? Naja, der Typ hat ne Abwarnung. Hä, darf der wirklich einfach so... Wenn du sagst, er darf dich nicht kontrollieren, muss er dich mit ins Haku nehmen und dich dort kontrollieren. Du bist doch Mettbrötchen, oder? Ja, ja. Okay, damit nicht der Bastard vor dir. Wettbrötchen, Bastard. Einmal bitte Ihre Hände hochheben. Was machst du? Ach du Scheiße. Ping, 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 ping. Man könnte eigentlich wirklich mit der Äste ausrauben gehen. Ping, 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 ping. Hallo, du bist tot, ich hab dich fünfmal getroffen. Äh, ich hab dich auch fünfmal getroffen, lol. Pekker. Piu, tiu, tiu. Nee. Warte. Äh, tiu, 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 tiu. Oh, ich geh dich ausrauben. Ach Scheiße, das ist ne ATM, da kann ich kein Auto einparken. Ja, ausrauben. Dank. Ah, 50 Millionen. Alter. Möchtest du das Geld wiederhaben? Das war halt nicht. Ich glaub, wir haben unseren Hackern so gefunden. Wie stell ich mich nochmal so tot, wie du das grad gemacht hast? Äh, wenn du ne Waffe hast? Ja. Dann kannst du einfach Steuern drücken und dann kannst du ja mal S drücken. Ich glaub, Matt ist unser Hackern, den wir suchen. Wenn der 50 Millionen auf der Hand hat. Nee, hab ich nicht. Nein, du hast 51 Millionen. Das macht ja mir mega Spaß. Ups. Ups. Oha, Safe so umgeschossen. Ups, erst mal. Das mach ich manchmal. Ups, 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 ups. Das hat keiner gesehen. Ups. Marvin, wenn du ausgerupt wirst, musst du dich einfach so auf den Boden legen. Die meisten checken es nicht. Drehst dich um und knallst du weg. Ja. Weil von beiden sieht das wirklich aus, als wäre das ne Leiche. Aber man sieht doch den Namen, wenn man das drückt. Ja, von beiden jetzt so. Siehst du aber auch, weil der Tod ist. Okay, wo seid ihr? Ich hab die Esther. Die sind da, wo wir uns treffen wollten. Wot the fuck? Du hast doch was vorgeschlagen. Ja, können wir mal sagen, wie viel Geld ich mitbringen muss? Für die Kleidung? Ähm, 8.000. Genau, bitte. Für den Anzug brauchst du 2.000, für die Brille brauchst du 2.000 und für die Weste brauchst du 2.000, also 6.000 insgesamt. Was? Was? 5.000, 2.000, 2.000. 6.000. Oder so. Ja. Wie viel? 5, 2, 2. Hä? Also 9.000. Bring mal 10.000 mit. 5.000. Äh, Weste 5.000. Und das andere, äh, Anzug 2. Okay. Brille 500. Also 7,5. Nee. Naja, aber hab ich jetzt ein bisschen zu viel dabei. Ja, ist egal. Wir sind einfach alle dumme. Okay, bereit dich vor, wir müssen direkt auf ihn schießen, wenn er kommt. Ich hab 30 Magazine, ich kann schön schießen. Ich hab 25. Weil, was macht hier eigentlich als Grafiker? Grafiken. Wir machen die Skins, wir machen die komischen Schilder, wir machen alles, was wir brauchen. Grafiken für YouPorn. So. Die komischen Baller, die du bei manchen Leuten siehst, mach ich zum Beispiel. Nee, das hab ich ja keine Esseränder hat. Nimm schieß nach, schieß nach. Na komm her, wenn du dein Esser haben willst. Piu, 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 piu. Hey, dein Name, hey, dein Name ist grün, dein Name ist grün, dein Name ist grün. Boah, darf ich jetzt auch nicht aufgeben? Nein, das beißt. Boah. Weil du sollst Opa behalten wollen, wollen wir damit, wollen wir damit, wollen wir damit, ich fahr mal schneller. Nee, nee. Ich fahr lieber sicher. Ja. So, ihr könnt doch mal, ich fahr 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 mal. Oh, ich brauch doch noch eine Lizenz, scheiße. Ja, kostet 2100. Hast du nichts dabei? Äh, mir fehlen 1.000, nee, 2100 Dollar. Fahr ich mal zum ATM. Karl, ich nehme kurz mal dein Auto. Hallo. Ey. Direkt drauf schießen. Da bin ich jetzt mal richtig mit, Digga. Nee. Habt ihr doch Daniel Severin geschlägt gemacht, oder war das so? Das hat hier Club Florian gemacht. Achso. Was hast du gemacht bis jetzt? Bis jetzt hab ich Post Gains gemacht für Autos, die jetzt bald reinkommen. also ich bin mehr für die fahrzeuge aber ich mache immer fahrzeuge raute seagal hände ich auch was was ich nicht kann aber also wie gesagt ist grafiker bei ufone von überwärts warst du beim atm warst du bitte beim atm hier ist gleich ein art terminal leer so ich hab dauer gerät wo es die Brille dich gekauft hat geil die Brille hat sich gekauft kannst du kurz mal zum atm 2000 Dollar holen aber die Brille ist nicht so wichtig 500 Dollar die Brille ist nicht so wichtig süße Schild töten schon trotzdem ich will trotzdem eine Brille haben jetzt mal atm danke links 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 auch mal da rein ich will mal sehen wer Come holen, zum Beispiel. Oder? Ne, doch nicht. Wir brauchen auf dem Weiberpark, das ist ein Weiberpark. Oha, wenn das der, dass der Ding ins Wechselkommt. Wieso? Dann knall ich ihn um. Der ist in Max schießt. Ey, der Polizist hat gestern einfach mal Fail-RP gemacht, ne der schießt einfach mal ohne, ohne irgendwas zu sagen. Auf uns im Motor. Ja, passiert öfters. Ja, und dann sagt er, ist ganz auszusehen und dann will er uns immer noch 10.000 Dollar Ticket geben. Letztlich habe ich es so weit gebracht, ich habe so lange gewartet, bis der Hackerangriff kam. So muss ich nichts sagen. Also Waffenschein. Der Polizist behauptet einfach, ich habe keinen Waffenschein und ziehe ohne Waffe ein. Sag ich, die Waffe habe ich dir kurz gegeben. Mir wollte er gestern auch die Lizenzen holen, weil ich bei Sebastian ja, also hier bei Dings in die Gang gekommen bin, wollte er mir die Lizenzen entziehen. Wieso? Ja, meinst du, weil ich ja bei Sebastian, also bei Dings war, ich weiß nicht, Florian oder so? Sebastian De Bier, also Florian. Ne, bei, genau. Alter, stand ich ja neben seinem Auto. Kommt der Polizist an, meint so, so der Herr, jetzt geben Sie mal bitte Ihren Rucksack alles auf den Boden und die Lizenzen nehme ich Sie auch kurz ab. Wenn er das macht, einfach bei uns melden und ich höre das. Ich so, nein, die Lizenzen werden jetzt nicht abgenommen. Er so, das ist eine allgemeine Kontrolle, ich möchte gerne wissen, ob sie Waffen dabei haben. Ich so, ich habe keine Waffen dabei, ich hatte eben keine dabei. Sie haben eben mit den Kollegen dort gesprochen, ich möchte sie jetzt gerne kontrollieren. Ich so, nee, nee, Sebastian wollte die Polizei die ganze Zeit trollen. Er ist die ganze Zeit an der Tankstelle vorbeigefahren. Ja, ja. Ich wäre jetzt und ich war ja gepesselt. Das erste, was er gemacht hat, als er auf uns hergekommen ist, war erst mal den Rook kaufen und mir Kupferhändler überfallen. Ich und Florian, also Sebastian, wir kaufen uns Pistolen. Jeder hat ein Magazin zur Not. Und wir rauben so die Tankstelle aus. Wenn die Bullen kommen, tun wir so, als wäre ich sein kleiner elfjähriger Neffe, der gerade außer sehenden Süßigkeiten genommen hat und nicht bezahlt hat. Die Cops schreien uns dann immer an, dass wir doch damit aufhören sollten, dass ich doch kein kleines Kind bin. Hörgern sagen, jetzt okay, haut ab. Wenn man denen so auf die Nerven geht, wenn man in denen eine richtig hohe Stimme macht, und wenn man dann umheult, dann die Süßigkeit durchbekommt. Was ist das hier? Ich bin hier. Übrigens auch keine Brille, weil ich zu doof war, die zu kaufen. Ich bin hier schon zweimal gegen das Schild gefahren. Ey, ich habe zwar das Geld abgehoben, aber keine Brille gekauft, danke. Naja, jetzt egal. Ups. Ist mir jetzt gerade aufgefallen. Wie tief sind die drin, die Schildkirren? Die sind eigentlich immer so zwei, drei Meter über der Wasseroberfläche. Naja, ich weiß, aber... Was würde ich sagen, ist es normal, dass das Hatchback keinen Rückspiegel hat? Doch, einen Rückspiegel hat er, den Rest hat sie drin im Auto. Die komische Kameras, siehst du, wie ich? Auf dem Amatorenbrett. Ja schon, aber das ist doch kein richtiger Rückspiegel hier links. Ne, im Auto drinnen auf dem Amatorenbrett, das ist ein Rückspiegel. Kann man die einsammeln auch mit, ey? Der Typische hier? Ey, ich kenne diese Strecke schon auswendig, von ATM zum... Ich kenne die Map auswendig. Wenn du, äh... Ja, wenn du über drei Jahre schon Amat spielst, kennst du den Amatorenbrett. Ja, so. Aber nach Minecraft mein erstes richtiges Spiel. Ich hab bestimmt nur drei Jahre lang Minecraft gezockt. Gestern schwimmt so einer auf mich zu. Ich denk mir so, was ist jetzt? Das war keine Schildkröte, ne? Denk mir so, der will doch nicht schießen. Ich hätte so getan, als war das die Schildkröte und ich hab zu denen abgeballert. Scheiße, das war keine Schildkröte. Das musst du aber mir erklären, wenn du umso vorbildest ein Video das vorlegst, und dann bist du wie so ein... Ich streame immer, ich hätte gesagt. Deswegen muss ich nichts hochladen und alles ist schon hochgeladen. Da steht ein Auto, wollen wir das glauben? Let's go! Polizei, das sehen sie so, die Hände hoch. Wer ist das hinten, da hinten gucken, guck, kopf raus, siehst du den? Ja. Aller man sieht, richtig heiße, ohne Schwimmbrille, danke. Man sieht eigentlich viel gut. Das ist ein Thunfisch. Komm, wir denen auch Thunfisch mit. Der bringt mehr als Schildkröte, by the way. Nee, Thunfisch ist weniger nur 10.000. Echt? Dann ist aber... Horrisch. Ja, was ein Schildkröten sind. Begehrt halt, Thunfisch, Thunfisch, das kannst du auch so... Aber Thunfisch nimmt auch weniger Platz weg. Das kann ich jetzt nicht aufsammeln? Mit Bundeshausen sammelt man doch, oder? Nee, nee. Ach so. Aber jeder sieht die Schildkröten anders, ne? Ja, ich sehe schon wieder Thunfisch. Bei mir ist überall Fisch. Ach da, Schildkröten. Ich habe keine Schildkröten. Stirbt Thuny. Stirbt Thuny. Stirbt Thuny. Und wenn jemand uns überfallen will, dann können wir ja Dings, wie heißt das? Aus dem Wasser ansagen. Nee, gegenseitig helfen, wir sind ja zu dritt. So, hab ich schon zwei Thunfische und eine Schildi. Die Thunfische kannst du dort nicht verkaufen. Doch. Eigentlich schon. Nein, das hab ich gestern schon probiert, das kannst du dort nicht verkaufen. Halt's ab. Ich probier's mal kurz. Kannst du dort wirklich nicht verkaufen. Ich probier's lieber mal. Weil eigentlich muss das so verkaufen können. Ich hab keine einzige Schildkröte bis jetzt. Ich hab eine Schildkröte und zwei Thunfisch. Drei Schildkröten und drei Thunfische. Aber die kannst du wirklich noch nicht verkaufen, ich hab's gestern probiert. Ich probier's nochmal. Oh, der ist ein riesiger Thunfisch. Wie ein riesiger Thunfisch, der bringt doch genauso viel Geld, oder? Direkt vor mir, direkt vor mir. Der ist schon weg, der ist schon weg. Der bringt doch genauso viel Geld, oder? Der ist schon weg. Da sind Bullen. Wie dort sind Bullen? End jetzt. Nein. Junge, man, erlaubt auch so scheiße, als ob hier jemals ein Bulle hinkommt. Bis jetzt nicht auch. Schießt ihr hier? Kann man jetzt Thunfisch oder verkaufen? Ja, nein, vielleicht? Nein, ich hab nicht geschossen. Hast du geschossen? Irgendeiner aus dem Wasser hat von euch geschossen. Da ist einer, da ist einer, da ist einer im Wasser, da ist einer im Wasser. Direkt vor mir. Wer ist das? Bist du denn? Ich bin jetzt schon mal. Ich bin jetzt schon mal. Ach, da ist das Schild. Hey, bleib mal stehen. Hallo, wer bist du? Ja, man kann wirklich keinen Thunfisch verkaufen. Warum hast du keine Taucherbrille an? Wird doch gesagt. Schmeiß den Thunfisch weg, den kann man nicht verkaufen. Okay. Hallo du da. Ja, halt. Stehst du eigentlich, wenn ich einmal in deine Waffe hätte? Also wenn ich in deine Waffe schieße? Ja. Ehrlich jetzt? Was ist denn das für eine Logik? Das ist wie so ein Auto. Im Auto sterben ja auch, wenn du äh, stirbt keinen. Also das zählt halt als einen Körper. Wenn ich jetzt so ein Auto sitze und du als Fahrer bist und dich zum Beispiel im Trawler kann man den Vordermann sogar abschießen. Dann geht die Kugel einfach durch, wenn man als Eindruck er zählt. Ach, meine erste Schildkröte. Ich hab das jetzt eine Schildkröte gleich gekauft. Ich muss sagen, es macht zwar, es ist zwar nach einer Zeit zu langweilig, aber es bringt halt erstmal für den Anfang viel Geld rein. Ich finde das wie noch Trunfisch. Ich hab jetzt schon Trunfisch gesehen. 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 Das Ding ist halt, nicht jeder hat einen Mauer erreicht. Ja, zumindest am Anfang noch nicht. Und so Schildkröten ist halt safe, weil unterwegs wirst du kaum irgendjemand treffen. Hey, findest du jetzt Schildkröten? Ich hab eine gefunden, wie weit weg die ist. Boah, hier sind einmal fünf Stück auf einem Fleck. Luck. Wieso stirbst du nicht der Schildkröte? Wieso stirbst du nicht der Schildkröte? Musst du dir in den Bauch reinschießen? Ja, mach ich auch noch. Da ist noch einer. Wie ist das? Ähm, verkaufen und dann direkt zum ATM einzahlen oder weiterfahren und dann... Ich würde sagen, wir machen insgesamt so 200.000 Frauen immer wieder hin und her. Sicher, sicher. Ja. Ich mach eh nur eine komplette Rucksack-Tour und danach geh ich meine Mohawk ausfahren. Da hat ein Taurer, der knall dich ab. Der hat auch keinen Klantek. Welchen? Na du? Naja, du bist ja nicht in der Gang drin. Der war aber ein Klantek. Wieso stirbt die Schildkröte nicht? Jetzt doch. Gestern hat einfach mal jemand von jemand anderen 20 Millionen gerippt. BUD hat sich gegenseitig ausgeraubt. Ja, das war gegenseitig. Die Frage jetzt, wo haben die das Geld schon, wenn ich die nicht einmal... BUD ist bug-using. Ist bei jedem bekannt, auch trotzdem machen die hat mir nichts dagegen. Bug-using. Also ich könnte oben, jetzt die Schuldkröten, die ich gerade habe, meine 2 innerhalb von 2 Sekunden zu 200 machen. Aber warum sollte ich, geht das? Wenn du genug Armer spielst, kannst du so gut wie alle Bugs. Auf den meisten Sauen. Erklär mal. Wir könnten auch die Schuldkröten in den Sinn verdoppeln. Wir brauchen bloß eine Schuldkröte und aus der könnten wir 10 machen. Wir brauchen bloß ein Fahrzeug dazu. Einmal kann man das mal ausprobieren, oder? Nee. Da musst du nur weil die BUD anklopfen, die kennen schon alle Tricks. Weil die sieht man nicht ein einziges mal fahren und die andere. Oder Waffentuben ist noch leichter. Weil bis jetzt gibt es ja noch nicht die Sicherungsfunktion. Du legst die Waffe ins Auto und lockst dich aus. Und so hast du die Waffe auch und im Auto liegt sie auch. So machst du die großen Kländer zum Beispiel. Ja. Das heißt, du kriegst eine Lynx und machst daraus 2. Und dann kann man die verkaufen? Ich glaube, das ist doch der einzige Grund, warum die noch kein Schießwort drin haben. Naja. Ich habe einen Zuschauer. Guten Tag Zuschauer. Ich weiß nicht, wer du bist, aber... Ach du, was schlimm ist gerade? Ist besser weg ein Dings. Aufnehmen, dann ist es direkt aufgenommen und er muss es nicht mal hochladen. Ja. Ich guck kurz mal, wer zuschaut. Warte, ich will mich auch mal vorstellen. Sieht er mich? Wenn du vor mich stellst, ja. Hallo Zuschauer. Hallo Zuschauer. Warte. Hallo Zuschauer. Wunderschönen guten Tag. Wunderschönen guten Tag. Ich erschieße jetzt mein Teamkollegen hier. Du hast gerade In-Game gesagt, du bist mich dumm. Es wird aktuell zugeschaut. Wer schaut denn zu, Mensch? Ich will nichts. Wunderschönen guten Tag. Ich erschieße jetzt mein Teamkollegen hier. Oh, stimmt. So. Richtig dumm. Ich dachte so, Stream hört man nur In-Game und nicht Team-Speak. Sorry. Keine Ahnung, wer zuschaut, aber naja. Mir hat sich auch egal. Ich hab das Plus in den Sinn, um zu wissen, was was ist. Oh, zwei Zuschauer sogar. Du hast Fame die möglichen Alters. Machst auf den Donation-Button rein und dann kriegst du schon die ersten Donations. Nee, brauche ich nicht. Ich hab genug. Ja, ja. Ich brauch schon wieder ne Völkröte, denn es ist meine... ...10. Glöö ist, ich hab andere Zuschauer, die sind von manchen Gruppierungen. Achso, das heißt, die sehen dann, wo wir sind, oder das? Wenn die zugucken, ja. Ich guck grad, ob ich den Stream offline nehmen kann, also dass... ...der nicht gespringen wird. Nö, naja. Du könntest bei Shadowplay die ganze Zeit Aufnahme machen und die dann zurechtschneiden. Ja, aber das dauert dann zu lange zum Hochlauten. Aber egal, wenn wir zuschauen, ich denk mal, das ist Florian. Weil, den kann ich nur Florian... ...ah, hier in den Channel eingeschickt. Ist das Florian? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Der Typ muss in den Chat schreiben, damit ich das wär's, sonst muss ich mal erst das tun wieder runtermachen. Da hab ich den Bock. Ach, da noch ne Schildkröte. Aber mehr auch. Genau da, wo du bist. Oh, sogar noch eine. Ja, die Moderne. Lohlenothen? Ja, das passt natürlich dazu noch. GanzР temples vor allem nicht wenn du bist. Ich mach finalmelde, ich mach final palmen. Ich hatte acht Schildkröte, bei mir hat es auch immer tausend wie findet man so welche Jukulitsches raus was fingert man, hast du gerade fingert man gesagt nicht mal wenn du mir sagst, yo kannst die Dinger einfach halten, wüsste ich ich habe keinen Plan, wie das zum Beispiel jetzt geht selbst jetzt nicht ich kann es erklären, du brauchst zwei Leute beide brauchen die Schlüssel vom Auto und du musst gleichzeitig aufs Autoinventar zugreifen und gleichzeitig rausnehmen und reinlegen sagt er das V-Doppelt das ist Teamkönnen das muss auf die Millisekunde genau sein mit dem früher konnte ich das richtig gut haben das insgesamt einem anderen Server, Relog-Updick, wenn es dir was sagt Kokain hat mir ins Gefahren verarbeitet und daraus haben wir insgesamt 1000 Kokain gemacht weil das einfach Tricks sind, die kannst du nicht stoppen auch wenn die reinhauen, dass du ins Fahrzeug alleine reingucken kannst es gibt immer Tricks, um den Rack zu übergehen oder Waffen-Türing es gibt tausend Möglichkeiten dann kann ich alles stoppen zum Beispiel wenn ich das zu Wetter erst dauern will lege ich die ins Auto, locke mich kurz aus und fertig da habe ich zwei Estors aber warum sollte man es machen? das muss man dann in der Rack der Spielstraße von dir selber und von anderen weg also im Glück gibt es ja keine Haie, Alter gibt es nicht warum sollte es so Haie geben? was? fängt an hier im Ding zu labern, im Globel oder? naja das ist wenn du im Sideship wirst und anfängst zu reden aber dann tut er dich einfach deswegen habe ich so eingestellt wenn ich rede, rede ich automatisch im Direct Channel und ein Knopf noch für Fahrzeugkanal wo hier ist ein riesen Thunfisch wenn so ein riesen Thunfisch kommt, bringt er dann zwei Thunfisch? einfach umschießen weil sie ist unter dem Child, der und der wurde getötet hast du auch diese Box an, dass du siehst, wenn ein Hacker drin ist? ja ich meine nicht dich Max ja ich habe keinen Plan, ob er weiß wie es geht ne keine Ahnung, ne habe ich nicht du siehst dann direkt, der Hacker versucht sich 15 Millionen zu adden und dann merkst du dann direkt, da sterben jetzt gleich alle ey, irgendwie für dich jetzt gar nichts mehr du musst so ungefähr so 300 Meter vom Dings außerhalb vom Wasser sein du kannst so 300 Meter, dann findest du viel so 300 Meter entfernt bist von dem Stand hier dann, wie gesagt du kannst auch ein paar mal, sag ich mal, über Wasser gehen so im Kopf über Wasser streckt man dann wieder runter es gab Bugs, aber die wurden leider von Arma behoben da, wenn du genau in der Zwischenebene vom Wasser zum Land warst konntest du in der Nähe alles sehen und das Wasser wurde ausgeblendet da geht leider nicht mehr doch da, ne Schildi da kommen wir drauf jetzt auch ich frage mich immer noch, wenn die zwei Zuschauer sind ich bin es nicht ich wette das eine Florian ist, ich bin mir auch nicht sicher kannst du schon nachgucken? ja, da muss ich mir erst ein Scheiß tun nein, kannst du auch so nachgucken beim Chat unten deine... ja, eine Knopf nach der Zuschauer ist so ich habe schon lange nicht mehr gesprungen äh, ich und AroLive, kenn ich auch mal AroLive ist mal gucken wir AroLive ist, finde ich mal raus wenn ich meine 100k Leitung habe, fange ich auch mal zu Livestream mit so richtig Overlay und allem mit OBS halt immer Vor- und Nachteile, ne ja, dieser AroLive hat insgesamt von 129.436 Aufrufe auf deinen Videos wahrscheinlich ein bekannter oder der Broadcaster dich oder so, keine Ahnung, kann auch sein das Broadcaster an dem ich mache ein Streams in denen sind drei Stück Gründe auf dem Fleck die so kleine Streamer, sag ich mal so ich mache es manchmal schon bei großen Streamern aus Langeweile äh äh, manchmal große Streamer sind manchmal so nett und teilen in denen sind ein Stream das heißt, auf ihrem Kanal kommt dein Stream auf und so hast du mehr Reichweite 100.000 von JackDripper JackDripper, den kenn ich auch noch naja bin ich auch ich hab 12 Schildkröten schon jetzt nicht Glückwunsch was sind ziemlich Glückwunsch wobei 1, 2, 3, 4, 5, 6 Alter, mit Toonfish war ich so lange fertig ich finde es nur Toonfish aber ich mache jetzt eh ein bisschen Aircast glaube ich ja wieso machen wir nicht Toonfish Toonfish können wir eigentlich beim Fisch Salon da in Kavala verkaufen ja und wieviel bringt Toonfish Florian komm am TS an ich sehe dass du auf der Sauer bist der ist in Kavala aber ist gemutet im TS ja ach Florian wir haben ein bisschen Musik gehört ja ja wieviel bringt Toonfish 15.000 Florian warst du doch denn in Servering Schild jo ich bin stolz auf dich ok das ist echt jetzt ist das beste am Server muss man tatsächlich sagen da hast du noch nicht den neuen Skin gesehen für den Geländewagen sag nicht der Hello Kitty doch nee nicht der Hello Kitty doch Hello Kitty der Hello Kitty den finde ich nicht gut der sich eigentlich nicht eingeschickt da muss ich mir noch was überlegen wie ich das mache aber du weißt doch das mit dem Universum das ist jetzt mal ab als der Hacker wieder kommt du was überprüfen was überprüfst du denn ich guck in den Charakterlogs du hast Logs? ja du hast dein Arma schreibt für dich auch Logs ja das weiß ich nicht ich dachte du hast hier Serverlogs nee nee ich guck dort in den Logs weil in den Serverlogs steht das nämlich nicht dran in den Charakterlogs hat das dann jeder oder was? ja das hat eigentlich jeder jeder Charakterlogs ich hab sie zum Beispiel ausgestellt was sie mir auch noch sonst was siehst du dann? naja ich kann gucken wer da irgendwas ausgeführt hat hab ich das auch? ja wenn du dich ausgestellt hast ja ich hab zum Beispiel ausgestellt so hab ich zwei FS mehr also ich hab das Rieber bei mir ausgestellt ach da noch ne Schildkröle ganz weit am Ost der Welt und noch eine die ist noch weiter weg aber du schwimmst eigentlich recht schnell an die Schildkröten ran durch den Taucheranzug wärst du ohne Alter dann wärst du am Ost ich weiß nicht wieso aber entweder ist das jetzt durch den Server oder durch mich für das selbe Ding aber irgendwie äh ich will nicht sagen leckt mein Spiel aber wenn ich auf wenn ich jetzt auf das Schild klicke vom dann kommt das erst 3 Sekunden später oder so ja auf welches Schild? also wenn ich jetzt beim Helicopter in die Garage Schild klicke dann kommt das erst so 3 Sekunden später aber das hatte ich die letzten Tage extrem viel ja kann sein dass es ein Server liegt bei mir kommt es bis jetzt noch nicht zum Glück aber ich hab bis jetzt auch nur zwei Fahrzeuge so ich geh jetzt auf dvg tf ne mutiz ich von gleich mal cho sauber behindreider halt mir tut mit dem conferences Im team werden was man mit einem zumakes schnell bekommst du doch irgendwie werter und ne ich hab wohl nicht nur eine Million zusammen bist du aber schon lange mit ein�� Ja, und ich bin seit drei Tagen drauf. Trotzdem frage ich mich, wieso BOD das dann geduldet wird, dass BOD so viel Geld hat durch Bug-Using. BOD hatte gestern zum Beispiel 26 Millionen sich gegenseitig geraubt. Und wir haben noch mehr auf dem Kunden, um das weh sich. Okay, die haben nämlich letztens auch ein Full-Wipe bekommen. Ja, die haben schon wieder 26 Millionen. Aber gestern geraubt sich gegenseitig. Was ist ein Full-Wipe? Äh, die werden komplett zurückgesetzt werden auf 120k. Ja. Ah, das bringt denen nichts, weil, äh, machen sie es einfach wieder. Oh. Oh, das wird finden, was ich auch. Und er ist dick mit Hulk, also kriegen sie so Kipp an. Werden. Ich weiß gar nicht, wie der ist. Und ich nur mal gucken nach dem Namen. Heizu Marci? Nee, ich weiß gar nicht. Kannst mir gar nicht sagen, ich will. Ich will den Fischer. Der hat so eine tiefe, oh, ich stimme. Ja, William Fischer. Aber der ist nicht dick, können wir teilen. Die verstehen sich aber richtig gut. Geht. Ach, da noch ne Schildi. Ich verkauf meine und dann geh ich direkt wieder farm. Du nimmst mich aber mit zum Verkauf. Ich meine hier verkauf sie direkt am Schild. Ach so, ich dachte hier. Oh, ich schau's schon mal weg, meine 15 Schildgründe die ich jetzt hab. Willst du die, willst du schon verkaufen? Ja. Wollen wir das Geld direkt einzahlen oder willst du weiter farm? Ich würde sagen direkt einzahlen, sicher, sicher. Ne, wir sind ja schnell am ATM. Hier, noch ne Schildgründe nehm ich mit aufm Weg. Böde ist, wieso kann Thunfische noch nicht verkaufen. Sollen sie endlich mal machen. Irgendwie hab ich so nen Magnet für die Polizei, ich werd's schon wieder verfolgt. Geh gestern auf. Wirklich, der Ende liest Räumungsverkauf los und Marvin fängt einfach an zu lachen. Wie ein dummer Keks. Und der Bulle schreit dich dann andersrum auch, dann solltest du lachen. Als ich gestern so neben deinem Auto stand, wo der mich dann auch rausgezogen hat, jetzt kommst du mal bitte her, jetzt muss ich sie kontrollieren. Ja. Der hat wahrscheinlich gedacht, du hast mir irgendwelche Waffen zugesteckt. Ja. Ey, meine Pistole war ja weg. Auf einmal hat der Bulle gesagt, okay halt, die Pistole muss irgendwie bei dem Typen sein. Die haben nicht ernsthaft den Wagen geschrottet. Wow, die haben den Wagen geschrottet. Wie sind die mit dieser Backbrücke immer noch so verpackt, dass alle Autos oder die Brücke backen? 208.000, nojo. Ne, ne, ne. 299.000. Wollte ich auf dich kurz mal aus. Was? Wir können nicht überfallen gehen mit den Essdorfs. Gut, ich hab das Geld für drüber nicht ausgegeben. Sing, ja, du sagst, es lohnt sich eigentlich nicht gut, weil du hast die direkte Verkauf. Der ATM ist ein Kilometer weit weg. Ach, das tut. Warte mal. Aber was wir wirklich einfügen sollten, ist ein Pantonsway. Aber dass du dein Auto umlackieren kannst. Oder ein Dings. Hopshop. Dass du die Autos verschocken kannst. Hatten sie ja drinnen. Aber irgendwie ist das Skript ja unfertig. Doch, das ist schon fertig. Morg, wir haben es erst mal wieder rausge... Wurde doch jetzt. Guck, gestern hat er nicht gesagt, das Skript ist irgendwie fehlerhaft. Sie haben ja nur 7, 8 offene Autos außerhalb von Kavala gefunden. Einfach verstoppen. Ja, ne, das schon. Nur damit jetzt die Leute da, die Neuling nicht so jetzt gleich abgezogen werden von anderen welchen anderen Leuten. Aber stell dir mal vor, du findest so ein Tempest-Gerät. Ausgesehen offen. Der Typ hat einen Time-Out. Was machst du? Bringst du es zurück oder verstoppst es? Du brauchst aber einen Schlüssel für das Fahrzeug, ne? Ja, aber trotzdem passt es ja dann schon. Dann bringst du es irgendwo hin und knackst es. Ach so, du brauchst einen Schlüssel damit du es verstoppen. Das heißt, es bringt nichts, wenn du den einfach auf der Straße findest. Ne. Und was ist, wenn man es knackt mit einem Schlüssel? Also mit Dings? Dietrich? Ja, dann hast du halt einen Schlüssel. Zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit bekommst du den dann halt immer. Und dann kannst du es verstoppen. Weil, wie ich dir provoziere, Alter. Direkt weiterfahren? Ich würd' sagen, ja. Ich hab jetzt 400.000. Ich will ne Rebellen-Lizenz haben. Warum setz dich hinten? Sag mal aus, ich will dein hässliches Zeichen nicht auf einem Auto haben. Boah, Alter, wir sind keine Pläne damit. Wieso hab ich bitte schön dieses hässliche... Warum hatte ich eben dieses Zeichen von dir auf dem Auto? Weil, wenn ich als Frau drin ist, bin ich ja dann dominant. Dominant. Und du bist rezessiv. Dann bin ich die Dominant, also Spezia ist im Auto. Und deswegen ist es dann drauf. Aber das besser war. Wenn wir jetzt hier auch fallen werden, dann sollen sie dich ruhig abknallen. Wieso mich? Wieso mich? Naja, ich tue dann so, als wäre ich tot. Als Maul. Wie gestern. Achja, Florian? Ja. Wurde ja rausgesprungen bis aus dem Auto. Und dann abgekrallt wurdest ja. Ja. Ja, ich war ja im Auto sitzen geblieben. Die dachten wirklich, ich bin ne Leiche. Ja, dann haben sie dann mitgefunden, dass ich doch noch lebe. Ja. Hast du was zum Trinken dabei? Ja. Gib mir mal bitte was. Ähm, Karl hast du... Item geben und... Item geben. Man kann sogar essen trinken. Florian left your Chanel. Mach mal auf. Was kann man? Du könntest sogar essen trinken, typen. Florian joined your Chanel. Ich hab noch zwei Entfernungsmesser übrig. Was essen trinken, typen? Ja, die Cops sind eben mit ihrem Prowler gegen zwei Zamax gefahren. Und alle drei Fahrzeugen sind explodiert. Was ist denn ein Entfernungsmesser? Ja, das ist so ein Ferncluster. Damit kannst du die Entfernung messen. Wie der Name ja schon sagt. Ja, Entfernungsmesser. Und du kannst damit zoomen. Also ist besser als ein Fern... Und Nachsicht, oder? Oder haben sie Nachsicht draußen? Nein, gar nicht Nachsicht. Kann man damit unter Wasser auch sehen? Ne. Okay. Also hätte man gesagt, so kann man ein leichter Schildkröten fangen. Da vorne schon die erste Schildkröte? Schon. Und die dritte Schildkröte und die vierte Schildkröte. Ich hab null, null, null und null. Überall nur Fischer. Ich finde überall nur Thunfisch. Ja, Thunfisch würde hier ziemlich viel Geld bringen, ne? 10.000. Wer so viel Thunfisch hier findest. Marktsystem. Abfrage illegal. Thunfisch 10.000. Steigt es oder sinkt es auch ab und zu? Wiss jetzt noch nicht. Guck, kein Öl bringt ja eigentlich da richtig gut Geld. Jetzt haben wir beide eine Estas, ne? Wenn die Polizei uns anhält, dann öffnen wir einfach... Das hat das Feuer, wenn da wieder einen Schuss einlosen ist. Wir schwimmen einfach weg. Ich meine, wenn wir außerhalb vom Land sind, der lässt auch so wie ein Schuss los, dann ist es ja, sag ich mal so. R.P. aufs Merkett. Ja, irgendwie. Er hat geschossen, ist es eine Gewaltandrung, schieß einfach zurück, ist mir egal, dann. Ob er einfach gefällt. Da sieht man sich dann im Diplomier doch... Du hast du mich abgeballert. Ja, du hast doch geschossen, ja, aber das war auszusehen, kann ich noch nicht wissen. Ich dachte, du willst uns abbauen. Und wer ist wohl, dass damit die nächste hidegen hat. Die ganzen Zeugen und sie oder die Technули temen. A vence zu suchen. Hobi, die Brunner wird gerade immer so aggressiv sind. also ich habe das was du sechs Schildkröten ich wollte darauf dass der Hecker wiederkommt wo bist du durch die Gegend das Gängheit oder ich bin ich gar nicht auf der Map und über Kavala Achturte Sebastian Biel fällt doch nicht auf das Lila wir sollten Freunden mal eine andere Farbe geben also Gruppenmitgliedern zum Beispiel Blau aber das Lila sieht man kaum auch oder sich selbst die Karte dann sondern ich oder was er wurde ein den Punkt das ist wieso Charakter sind am Messer auf der Karte das nervt mich richtig da ich würde schon gerne mal einmal probieren wie das mit diesem bug using funktioniert einmal so um testen mache ich aber nicht mehr habe ich früher auf anderen sachen gemacht wenn ich will könnte ich jetzt schon einen link haben aber warum sollte ich oder navid oder was auch immer du kannst waffen und den sind kaufen ohne geld auszugeben gibt es auch bugs dafür was ja in der bär hat ein lokales versteck eingenommen wir müssen wirklich mal eine teilstelle mit den essers ausrauben die bachse an der bär war da nicht einmal bei karl auf einer bär wie die bär heißt hast du dich deswegen so genannt ja ja wie hieß die das ist ein typ der ist sebastian debier ach so was ist das mina saßen sebastian debier war dieser dicke muskulöse ich finde ich finde ich finde sascha immer noch am geilsten sascha kracht wie heißt er so schon ja der ist cool kugelfisch du ich finde es lustig der polizist also der der klatschkopf von karsten stahl der ist auch polizist bei acht und kontrolle und sowas weiß deswegen finde ich das immer so schade dass sie dann so andere nicht andere schauspieler nehmen dafür weißt du das fällt doch dann auf dass nur gestellt ist zumal karsten stahl total gestellt ist so wieder einmal ich habe noch nie geguckt und ich habe den live schon gesehen der ist ein live mega cool drauf weil ich haben sich per ziehtsarbeiter haben sich sieht man so manche sei mal stars und sowas was arbeitest du sicherheitsdienst gefährlicher job ja es geht wir sollten nach hamburg aber ich wollte nicht jetzt haben wir es auch eine kalaschikoff bekommen oder so im ort nicht kalaschikoff aber vielleicht einen np vielleicht backsteine um die anderen wieder abzuwerfen wasserwerfer wasschütze vom wasserwerfer gewesen ich war schon mal in so einem wasserwerfer drin aber wie geil das dinge ist es ist da drin ist und von außen kann keiner was an weil die scheiben einfach nur fest sehen und panzer fest das sind viele festung genau und da kann ich keiner was anhaben da fühlt sich einfach wie der boss da drinnen also erneut man den wasserwerfer dransetzen und fertig glaube ich kaufe so ein ding privat um meinen garten zu bewässern habe ich zum beispiel das gesehen standen welche auf demonstranten auf dem gerüst was macht der wasserwerfer schießt sie runter von dem gerüst naja danach haben die nichts mehr gemacht und haben sich auch richtig bewegt mit einem satz abgebrochen es gab ja hier beim g20 gipfel gab es ein paar demonstranten die auf so einem gerüst standen auch von so einem von irgendeinem bauwerk aber was gerade gebaut wurde jetzt mal um das anzusprechen ich bin jetzt schon zwei kilometer raus geschwommen ich finde das gar nichts mehr wenn man zwei kilometer raus sind überall schildkröten doch da ist der schild ich glaube ich kaufe so ein wasserwerfer zu hause für eine gartenbewässerung bitte halten sie ab und ich möchte meinen garten bewässern oder ein brecher kommt rein sagst du warten sie kurz mal her ein brecher kommt es mit in den garten ich möchte kurz was zeigen also wir sind hier raus zwei kilometer draußen überall schildkröten mega wir müssten uns was ein boot holen wo wir dann von wasser zu land holen fahren können das sind auch ein boot aber ich würde das sehr gute investitionen und hier draußen schwimmen halt zwei meter über der wasseroberfläche unter der wasseroberfläche nur die schildkröten ansonsten nicht und keine tunfächer hingegen die schwimmen unten drunter da ich den typen jetzt geschrieben hat jemand umschlusserl macht acht übermäßige Gründe auf ich bin um 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 Schiff drücke mehrmals, dann kommt ihr diese Shift-Lock-Tax-Taster. Das hat mich deaktiviert. Wie kann ich das deaktivieren? Suchst einfach mal Einrast-Funktion deaktivieren. Im Internet. Einrast-Funktion deaktivieren. G20! Die Typen sollten dann bannen. Weil die das lustig machen in dem Sinne. Ich habe jetzt schon wieder neun Schildkröten. Was? Juri tat und seine Gegend-Gang? Ich erinnere mich gerade darüber sprechen, weil... Habe ich doch gerade gesagt, G20 heißt die Gang, oder? Das ist dick. Wie kommt ihr doch so ne Scheibe, die? Welches Versteck haben die eingenommen? Vielleicht ist der Kavala? Fragt das unser Drogen-Leader schon wieder gemütet. Altes Bundesgefängnis? Nee, Gang-Hideout wurde nicht eingenommen, das Zweite. Das können wir dann gleich mal einnehmen, wenn du willst. Oh, aber willst du das wissen, ob es eingenommen wurde oder nicht? Das sieht man doch. Nee. Doch, dahinter steht er doch dann normalerweise Gang-Hideout-A2. Nein, das war bloß bei der Video-Wohnung so. Hier noch nicht. Das ist kacke. Aber gut, weil so wissen die Cops nicht, welches Gang-Hideout du eingenommen hast. Und so, wir machen noch Inventor voll und fertig. Na, habe ich 500.000 gemacht sogar. Auf jeden Fall. Ich will noch ein bisschen Farm, ich will ruhig ein bisschen Kohle machen. Oder wir können mal in die Stadt gehen und bisschen trollen. Wenn du magst. Ich hoffe, es ist, dass man die Figuren so lange sucht. Dass man manchmal so lange kommen, die Figuren zu finden. Manchmal zu Glück, manchmal muss man wirklich suchen. Ich suche zum Beispiel fast nur. Aber hast du da Bock in die Stadt zu gehen, ist es zu treuen? Wie das? Ja, das ist niebevoll. Wir sind ein Taucher-Mensch. Aber wenn du wirklich von Kopf zu folgst, das war so voll und wegtauchen, wir können nichts tun. Am Anfang schon. Ja, aber wenn du dann richtig im Wasser drin bist. Ich sag ja, sie haben selbst eine Esthers dabei, ne? Ja, ich meine, die können dich zwar verfolgen, aber du als Taucher mit einer scharfen Esther, die haben aber nur Taser-Ester, bist du tausendetwas als die. So ein Turtle-Ears-P wäre geil, wo du dann um die Schildkrücken herum so einen roten Kasten hast. Oder weil ich jetzt schon mit Gründer habe. Ja, das ist Bordner. Oder sonst Bordner, der die Berechnung, wo die Schildkrücken sporn. Oder so ein Navi. Links abbiegen für die nächste Schildkröder. In 200 Metern, links. Sie haben ihr Ziel erreicht. Scheiße, wo sie für Gründer. Guck's nach unten, auch bei so. Oder das Ziel befindet sich ein Meter unter ihnen. Ich bin auch ein Tunfisch. Wenn man zum Fischernetz machen könnte, wo man zu zweit dann, sag ich mal, das Fischernetz bedient, links und rechts, und dann könnte man die so eintreiben. Wir sagen, wir fahren dann zu Kavala und verkaufen, dann machen dann Tunfisch bei Kavala. Er denkt, das bringt viel dort. Tunfisch nimmt weniger Platz weg und ich bin Tunfisch fast nur. Aber Tunfisch musst du mehr Schuss verbrauchen. Nö, eigentlich auch einen Schuss. Dann muss ich in der Kavala selbst schon drin sein. Aber Tunfisch macht. Warum? Naja, in Kavala schießen, weißt du, was los ist. Bann. Ach so. Müsstest du einfach so am Rande selbst so machen. Oder draußen dann. Einen Meter hinten. Erstens, bist du das? Ich bin weit weg von dir. Nein, du bist direkt rechts neben dir. Bin ich. Ach, Dorte. Hi. Ein Kilometer von dem Ding entfernt. 300 Meter. Ich merke es gerade. Wenn ich jetzt schieße, treffe ich dich dann. Das ist nur Unterwasserwache. Wenn du die Einstellung und alles hast, triffst du. Ich kann dich abballern, wenn du willst. Ich habe keine Schildkröten mehr, oder? Findest du nicht mehr? Ich habe jetzt so 14 schon wieder. Ich habe 17. Dann sagen wir mal wieder zurück. Nein, noch nicht. Ich will doch das Inventar voll machen, dann können wir zurückfahren. Ob sich dieses Inventar wenigstens gelohnt hat. Ich habe bis jetzt noch kein Inventar voll, weil ich die einfach nicht finde. Ich bin nur Tunfisch. Ich habe jetzt schon wieder 6 Tunfische. Ich bin ungefähr so 400 Meter weiter wegfahren. Äh, fahren, genau. Ich habe hier nur Tunfisch. Ja, komm mal. Unter mir ist Tunfisch, über mir, hinter mir. Hä? Folg mir mal bitte, folg mir. Wenn du so in die Richtung schwimmst, ne? Dann tust du viel mehr. Ich habe jetzt schon wieder 2 Stück hier. Da hinten, ich sehe einer. Die ist weit weg. Haben wir eine Taucherbrille, dann wird man sie auch besser sehen. Ja, bei mir ist da hinten einer. Aua. Alter, 2, guck. Ich meine ja, wenn du ein bisschen weiter weg bist, ein bisschen weiter wegkommst. Nur Tunfisch. Nur Tunfisch. Hinter uns ist einer. Was ist da einer? Jemand? Einen Schildkröter. Wollte schon sagen. Ich will einfach Feuer eröffnen, wenn da jemand wäre. Ja, der M. Ich dachte, ich sehe, sie sind eine Schildkröter. Wie viel Kröter hast du? 16. Ich habe noch 40 Platz. Warte mal stehen. 16. 16. 19. Warte mal. Es werden gerade Drogen durchsucht von der A. Ich habe gerade hochgenommen. Zwei Schulgründen? Okay, ich muss noch ein paar finden. Ist das du auch 18, ne? Nö, 16. Äh, doch 18. Da vorne sind schon wieder zwei Schulgründen. Ich gebe dir zwei, ich finde zwei. Du gibst mir zwei, ich finde keiner. Oh, die sind direkt nebeneinander. Ich war früher immer auf Roodlife-RPG, da konntest du jagen gehen. Aber richtig Rehe und sowas und Hasen. Hat sich nicht Spaß gemacht und nur Geld gepackt. Weil die in Roodnode da waren. Ich mag immer diese Live-Server von GTA, diese 5M-Server oder die Ruleplay-Server. Ich zock keinen, ich hab GTA auf der PS3 gezockt, aber PC nicht. Lohnt sich aber auf der PC. Da brauch ich jetzt mal wieder ein paar Festplatten sonst. Na gut, ich hab ja so viel Video-Material gelust. Ich hab jetzt wieder genug Platz. Okay, das sind zwei Schulgründen. Bei mir ist eine. So, ich hab noch 10 Platz. Ich hab noch ein paar, zwei, zwei, ne 26 Platz, ne 16. Ich würd sagen, wir machen dann lieber Thunfisch. Ich find nur Thunfisch. Wenn jetzt woanders, stell mir vor, wir sind dann dort und dort finden wir nur Schildkröten. Dann sag ich, dann leck mich am Arsch. Dann komm ich mir kurz nen Truck und mach die voller Schildies. Bein Cola haben wir ja jetzt, ne? Naja, ich hab dann, wenn wir hier fertig sind, 600.000. Was kostet ein Hemd? Keine Ahnung, über eine Million. Ja, wir können uns auch ein Hemd holen oder so. Aber was willst du damit machen? Müssen irgendwas farmen. Coca oder so. 7.000 bringt Kokain. Aber auch deswegen ausgeraubt. Wollte ich lieber nen Heli nehmen. Mir ist nämlich mal aufgefallen, dass du hier beim Schildkröten kaum ausgeraubt wirst. Jetzt in der Zeit, wo wir nicht ausgeraubt. Weil die Typen das nicht checken, dass es Geld bringt. Ich schwimm langsam mal zurück. Vielleicht find ich nebenbei noch nen Schildkröter. Überall nur Thunfisch. Und eine Schildkröte. Ja, ich bin jetzt bei 23 Schildkröten. Also ich hab keinen Platz mehr. Ich hab 21. Ich könnte den taktischen Speck mal essen. Aber nee, dann hab ich keinen Speck mehr. So, ich kann... ...glaub ich noch... ...keine mehr mitnehmen. Einfach mal gucken. Sonst würde ich ein bisschen essen wegschmeißen. Oder beziehungsweise einnehmen. Mach ich mal kurz. Ich hab' den Rücken noch in den Schildkröten. Ne. Das ist ein Thunfisch. Ach, da ist er noch. Würde Thunfisch noch nicht mitnehmen wegen der Bullerei, wenn die uns anhalten. Mach ich auch nicht. Ist Thunfisch illegal? Ja. Obwohl jeder Thunfisch isst, oder? Gut, es ist Thunfisch. So lange wird das Verkauf noch in der Safe Zone drin ist. Bis dahin geht es nicht sicher. Ach, das heißt Thunfisch in der illegalen Zone mitzunehmen ist verboten? Also durch... in der Safe Zone mitzunehmen? Max? Hallo? 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 Ich bin voll. Ja ja. Ich habe 23 Thunfisch. Äh, nicht Thunfisch, äh, Schildkröten. ich auch direkt verkaufen und direkt wieder zum ATM oder? und dann nach Kavala würde ich sagen oder? Kavala erstmal ein bisschen kurz am Akkatz chillen und ausruhen und dann weiter geht die Farm und dann Thunfische Farm mal schauen was mehr Geld bringt rein theoretisch wenn es jetzt vom Spawnlager geht müsste Thunfisch mehr bringen weil ich nur Thunfisch finde ich schließe mal kurz hier das Tor ab 300.000, fast 299.000 warte mal ich schließe mal kurz hier alles zu also mach alles zu damit wir sehen falls jemand irgendwie hier sein sollte ja ich hab mal auf Vollort immer nicht gestellt sicher sicher ok ich hab jetzt also 700.000 jetzt kommen rein ich muss gerade von Nachnamen sicher sicher gibt es ich hab 299.000 auf der Hand direkt ab dem oder direkt ab dem nicht den bleiben sie ist auf der Straße steht umfohlen ich bin jetzt was machst du PINK und DRA haben Kampff DRA bitte einmal Diplo warum das was ist da passiert keine Ahnung da muss was vorgefallen sein oder ey weißt du was Max hä wenn du den Leuten äh haha wenn du den Leuten sagst hier meld dich mal bitte oben in anderen Torenbereichen und kriegen sie schon direkt Eierflöten. Haha, tschüss. Oder? Ja, weil die dann denken, Alter, was ist denn das? Und dann sehen sie nur, ach, nur ein oller Grafiker. Aber bei mir steht nämlich nichts dabei, weißt du? Und dann können sie ein bisschen Eierflöten bekommen. Ich glaube, ich gehe dann mal zum Zero-One-News-Tower-Turm da oben. Ich schalte mal Werbung mit meinem YouTube-Shackle. Wieso? Ich habe jetzt 723.000. Eine Million, warte mal, was habe ich jetzt? Eine Million und 163.000. Der Kavala, ja? Ja. Erstmal Kavala zum Marktplatz. Zum Herrn DB hier. Die Waffen dürfen wir uns ja nicht aufnehmen. Wir haben Waffenschein. Ja. Wenn sie fragen, warum wir beide Taureanröste haben, sagen wir sind professionelle Schwimmer. Wir sind Metschwimmer. Metschwimmer? Ja, wir schwimmen unser Wetter. Das heißt, du legst 500.000 und wir sorgen das schneller. Wir schwimmen im Mets. Ja, Metschwimmer. Und nur, wir brauchen die Waffen, um das Mets beiseite zu räumen. Ne, um das Mets herzustellen. Ne, wir brauchen die Waffen, um das Mets zu flambieren. Durch den Feuerstoß. Ja. Ging voll cloudfulig. Ja man, wir grillen Mets mit Waffen. Wir gehen mit dem Marktplatz, das machen das Ding, das lässt jetzt Dauersalbe ein. Brrrrrrrrrr. Da haben sie gewandt. Was machen die da? Grillen? Ich mache ein bisschen Lagerfeuer. Ne, ein bisschen Musik, musst du sagen. Lagerfeuer? Wenn man das anschaltet, sieht man gar nicht, ne? Ja, haben sie direkt gehört. Warum? Keine Ahnung. Machst ein bisschen Musik mit der Waffe. Warte mal, jetzt muss ich mal auslachen, warte mal. Jetzt lache ich den mal aus. Jetzt muss ich den Typen auslachen. Hahahaha. Hahahaha. Doch, sei skypein, da sollte man den Namen nicht wissen. Boah. Da will ich nicht auffahren. Hzessägeil, komm. Lappen, Lappen, Lappen. Hahahaha. in herrott muss ob man auch auf bis zur drp jetzt die drp die risikobeautung und dort können sie auch reden ja und ist noch jemand von der drp gerade da so sie hier schon war das nur zum beispiel ich weiß nicht ob ich das jetzt einfach sagen kann du bist schon so ich war mal der techniker und ich habe zufälligerweise ich habe auch noch mehr ach lachen sie mal das ist das eh nur gemütet er kommt noch mit ich er komme mit dem kapitel mit ihm mein Name ist Karl dein Name ist auch nicht Karl oder doch sein Name ist Karl und du kennst dich und du kennst dich nicht reparierst du grad wirklich das auto? ja. warum? was ist mit dem so? der typ hat ne hohe stimme ich kenn den nicht. und ich kenn der b. du denkst du das ist ein faker? nee aber der ist neu. es ist ein fettzeug man. aber das ist kein echter dhb noch. der ist echt. woher war ich das? kenn ich. in echt wo ich kenn. haut der grad wieder einen fall. er kann einfach nicht auto fahren. rüber weg vom auto. einsteigen. weißt du was ich mache wenn jemand auf der straße läuft? ich fahr einfach direkt drüber. ja. ich hab gesagt wir fragen frauen parker zu tun so als wären wir zwei frauen. was wir machen. aber packen wie wie eine frau parker. so zwei parker liegen. drücken. mensch alfreda kannst du immer noch nicht fahren. ja tut mir leid. also. nur du den führerschein hast will ich nicht wissen. ja frank das tut mir leid. du willst mich erforschen alfreda. ja. nein frank. nein frank bitte nicht fraik. ich lass mich scheiden. nein nein. ich scheide mich. nein nein. hol dich ab. hilfe ich werde dir erpresst. ja. er hat sich scheiden lassen weil ich nicht parkfand. weg mein guter wie geht's dir? wollen sie jetzt mit meinem mann reden? Franko Frank 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 guck mal er möchte jemand mit dir reden Hallo hörn sie euch bitte zu, mein Name ist Dmitry Maschenko warum lassen sie sich entscheiden? wenn nur was sie versparen tut weil das eine Scheißfrau ist im Bett Frankreich war bestimmt Frankreich war bestimmt gut ich kann nicht beurteilen aber sie war bestimmt gut nein komm 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 Sie müssen, Sie müssen ihre Frau und Vater der 5 Jahre aber aber man möchte sie durch meine Frau das ist ihre Frau ich habe gerade frisch geschieden, sie können sie können vielleicht so der Kieser das war ich leider nicht ja sie ist doch nicht mal rasiert sie heißt es doch nicht mal natürlich ich bin die Kamera so auf ich geh jetzt rutschen bitte komm komm zurück zu mir ich kann nicht ohne dich die Runde von der Rutsche ich will rutschen ich muss die Tür von Luft bringen, tut mir leid sehen Sie Ihre Frau ist depressiv gerade geworden bleiben Sie doch mal stehen Sie müssen Ihre Frau eine zweite Chance geben hey Max ja komm mal zurück zum Auto Sie kommen da nicht hoch so Sie kommen da nicht hoch so ich komm überall hoch wir können die Bullerei verarschen wenn die Bullerei hierher kommt ich glaube das wird nicht ich glaube auch ich glaube auch normalerweise bin ich ja ein Mann deswegen sagte er ich bin schlecht im Bett ich bin ein Transvestit verstehen Sie Mann komm zurück jetzt er weiß es halt nicht er hatte halt immer gedacht ich trage ein Strap-on und das ist das was ich ihn halt anal einführe aber der weiteren war das nicht ein Strap-on sondern mein richtiges Teil versteht versteht was ich meine er geht halt davon aus als wäre ich eine Frau aber ich bin keine Frau das war ein Buller das war ein Buller das war ein Buller gleich das frage ich mich auch Frank kommst du endlich zurück zu mir hat der Schüssel nicht mehr scheiße so alle Paruker gesagt ich habe alle hier vor euch festgenommen ja klar du willst du da festgenommen Hallo einmal nur einmal nur stehenbleibs und stelle sei ich sie Hallo stehenbleibs und stelle sei ich sie Guten Tag wollen sie meine Frau sein so du fällst ein Täter hey hey du Jokers ich habe eine illegale Kleidung ab stelle sei ich dich peng 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 aaaaaaah peng 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 ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp wenn alle innen das ist so dass ich nicht mehr so viel kein Geld Jung, kannst ja gerne mal hier in den Funk kommen Marvin, ich würde sagen, wir lassen das jetzt so Kommst du mal bitte, hallo, bleib mal stehen, kommst mal bitte in den Funk und zwei Lass es sein Kommst du mal in den Funk unten in den Talk 1 bitte Das ist ein Bug-User, komm mal her, der used Bugs Komm mal, Polizeidienststelle, komm mal her Polizeidienststelle, der ist hier in die Wand reingebackt Der ist einfach hier drinnen, der ist hier drinnen in der Ecke Wo ist er? Hier drinnen, hier drinnen Hä, wo bist denn du? Der hat sich hingelegt und ist da reingerollt Hast du einen screenshot oder ein Video? Hab ich ja Mach's fertig Mach's fertig Wo ist der Typ? Der ist hier drinnen Hallo? Der hat sich hier hingelegt, so Und ist hier reingerollt Was machen sie in der Wand drinnen? Ich bin draußen Da ist hier drinnen Da ist hier Wo? Hier Wo denn? Hier, hinter dir Hä Der ist eben durch die Wand durch Das sagen wir hauen ab Naja, ich hab das auf meiner Dashcam, dass sie durch die Wand durchgelaufen sind Dann werde ich dann den Bürgermeister melden Mach Auto auf, komm Wir holen uns Thunfisch Komm Tschüss Was denn? Du fährst wirklich wie eine Frau Ja? Nein Ich brauch selbst welchen Hä? Ich rede halt mit meiner Mutti Wo müssen wir den hinten zum Tunschicht? Hier, jetzt ins Meer Direkt und wo verkaufen wir den? Ja, wir müssen jetzt ins Meer Wo verkaufen wir den? Beim Fischmarkt Wo ist der? Rechts Hier rechts Dort wo denn die Häuser siehst du Die hier? Ja, warte In dem, äh, hier irgendwo Ist er Ist das nicht ein bisschen gefährlich? Direkt neben dem Kuetei Haku? Ohhhh Hehehe Ehrlich? Total Jetzt mach auf Warte mal Mach auf, lass mich raus Wegnehmen Kuetei Hakuji, wir fischen Wir müssen aber außerhalb der Sechstern fischen gehen Das heißt, wir müssen ja noch ein paar Meter weit weg Ja Eh, oder? Naja, du kannst auch hier fischen, aber wenn du erwischt wirst, bist du weg vom Fenster Ja Ja, 20 Kilometer, die wir hier fischen Shit Da war schon der erste Fisch, aber das ist kein Thunfisch, ne? Ja, bis jetzt hab ich auch keinen Thunfisch gefunden Woran erkenne ich einen Thunfisch? Der ist groß und fett Was? Also diese großen blauen? Ja Ich glaub, die Thunfische spawnen da drüben und hier keine Glaube ich auch Und hier spawnen dann bestimmt bald nur Schildkröten Hehehe Das wär schon belastend Ne Schildkröte zum Beispiel Hey, ich find hier nur Schildkröten bis jetzt Ich hab noch keinen Thunfisch und noch kein Dings Ganz viele Schildkröten schon Drei Stück Wie viele? Drei 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 Stück seh ich schon Die großen blauen, ist das da einer? Ne, das ist ein Hai oder so Wer der große blau ist, dann ist es Großen blau, ich hab hier was große blaues Ne, das ist was kleines blaues Oder? Keine Ahnung, ich kann's nicht definieren Was sind das hier? Ich kann's wirklich nicht definieren Ich hab das Gefühl, dass hier wirklich kein Thunfisch spawnen Ich find hier alles außer Thunfisch Sardine, sind die viel? Geht Mal nachgucken Marktsystem, Abfrage Sardine, Sardine, Sardine Salema, Fisch, Meeresche, Katzenhai, ca. 1000$ Oh, ich hab ein, zwei Thunfische schon Wirklich? Ja Du Lacker, ich find bis jetzt null Ich find doch Schildkröten Ey, ist das sehr ernst? Ich hab auch eben gerade eine gefunden Da, erster Thunfisch Und vor uns hab ich sie nur gefunden Was bringt ein Thunfisch? 10.000$ 10.000$ 10.000$ Okay Geht mal gucken, ob du den Thunfisch auch verkaufen kannst Sonst kannst du den nirgends verkaufen Ne, das wollen wir jetzt umsonst fahren Wo kannst du den verkaufen? Geht du mal gucken, ob wir den beim Fischmarkt verkaufen können Ansonsten müssen wir irgendwo hinfahren? Ansonsten kann man den nicht verkaufen Thunfische gibt's hier aber auch wenig, oder? Ich find nur Schildkröten bis jetzt Ansonsten Die Sk Caiart Ich find nur 5 Millionen Da wurde Thunfisch Auch über viele Schüsse, bis man einmal getroffen hatte Nö... Nö... slowing compared were Ich find den Schildkröten Ich find med sekali tem8 Oh five month Du hast nicht physisch oder nur wenn die das von außen wenn man hier so umschießt unterschiedlich zwei tunfische fünf tunfische auf dem platz warum treffe ich dieses mistfie nicht geil sind die anderen weg haben sich aufgeteilt ich treffe dieses mistfie nicht verstehen du sohn hallo warum treffe ich dieses mistfie nicht ehrlich jetzt habe ich 20 schüsse gebraucht oh mein gott ok ich habe jetzt knapp sieben schilder tunfische ich habe jetzt so sieben exe tun sich verdient man mehr so eigentlich von kriegst ja mehr rein ich finde es jetzt mehr tunfische schon jetzt will ich richtig viele wieder aber auch richtig viele schütteln muss schon so ein bisschen vom strand weg sein denke ich mal ich bin ja gerade richtig nur am ufer jetzt weiß ich mir wieder vier auf dem platz aber ich schwimme ganz schön schnell ne ja schneller als schildkröten prozent von zehn tunfischer und gerade mal 66 platz weg wollten wir nicht mal lieber gucken gehen ob wir die wirklich verkaufen können die tunfischer ja schau mal nach ne ich war erst mal voll dann noch ein tunfisch also hören die das von außen herum schießen eigentlich schon kannst du dort auch schildkröten verkaufen was gut ist der verkaufe sind wir selbst und der kann keiner was klauen also die kopf was ist wenn du wenn die kopfkommende verkaufs gerade einfach kurven und abholen wir können sie ja nicht nachweisen du kannst du letztendlich behaupten du hast nichts in einpacken gehabt so aber hat nur kopfkommende formen das war ich habe das ganze kopfkommende bis der kopfkommend ist das umdringst 6 von die eigentlich schon aber doch sie auch jagen gehen bis er kein absoluter ich habe schon 14 tun fisch und wir sind auch in die Fülle ja ich auch wir sind hoffenweise Schildkröten Thunfisch war bei der anderen Position ja ich würde sagen einer farmt hier Schildkröten, einer drüben Thunfisch und dann wechselt man die Seiten aber der eine fährt dann zum Schildkrötenverkauf und der andere zum Thunfischverkauf ich meine so schwimmen und fischen das macht schon spaß ja ja da Thunfisch kann es sein dass die Thunfische auch teilweise abhauen ja irgendwie kommt es so ein bisschen vor also im Moment wenn du zwei Thunfische hast ne weißt nicht welchen du nehmen wolltest und der eine dann einfach einmal weg ist und einen getötet hast jetzt in diesem Moment hm ja ich hatte vor uns vier auf einer Stelle und konnte nur zwei töten und die anderen waren weg mein Schildkröten sieht man easy Thunfisch sieht man halt nicht so lange weil die also dunkel sind und zum Beispiel der Zwischenkröten auf einer Stelle und zum Beispiel der Zwischenkröten auf einer Stelle ich habe jetzt schon 18 Thunfisch ich habe jetzt schon 18 Thunfisch also 180.000 irgendwie ging das mit den Schildkröten viel schneller ja ich finde gerade schon wieder recht viele Thunfisch es ist immer so die sind mal irgendwie zu zweit kann es sein auf einer Stelle so ein Thunfisch ja und ich finde sie selten alleine weil du enttäuschst siehst sie so bald ins Weltmümer schon wieder eine Schildkröter und Schildkröten wird man meistens alleine was bringt so ein Hai Katzenhai ja Marktpreise legal Märsche 705 Frisch 346 Katzenhai 8.35 bringt natürlich ein Katzenhai weniger als ein Thunfisch weil die Frische klein sind und legal warte mal Thunfisch ist illegal und Katzenhai sind legal ja nicht klar diese Logik dahinter verstehst gerade nicht eigentlich hätte ich so was ich sagen Katzenhai ist illegal ne ich meine ich nämlich auch weil normalerweise Thunfisch isst du ja auch der Durso oder keine Ahnung aber jetzt schweige ich auch auf den Rückweg und guck auf auf kaufen können hoffenweise Schildkröten Digga dort noch ein Tuni denn nicht mit hoffenweise Schildkröten ich finde auch noch Schildkröten ich finde auch noch Schildkröten hier Schildkrötenfarm und Rüben verkaufen das wird besser sein glaube ich auch und drüben Schildkröten und hier rüber kommen deswegen ja ich glaube das würde sich mehr lohnen vielleicht kommt es ja nur so vor dass hier mehr ist hier ist wirklich mehr hier ist die sechste Schildkröte auf einem Fleck innerhalb von einer Minute ich hab jetzt 21 Thunfisch ich hab jetzt 21 Thunfisch ich geh jetzt direkt ans Hauptquartier von der Polizei und schieß warum Langeweile wo bist denn du? ich fumm grad zurück in der Safe Zone so dass es halt keiner hört oder so denn man sieht ja keiner dass wir geschossen haben oder? keine Ahnung es werden ja eigentlich noch keine Locks geführt dann schon wieder 15 Schildkröten auf einer Stelle hab 23 Thunfisch ok genauso viel Platz nehmen sie weg wie Schildkröte das heißt Schildkröte lohnen sich mehr das heißt Schildkröte lohnen sich mehr hätten wir hier so ein paar Schildkröte mitnehmen können bei kaufen wir bringen nehmen wir hier Schildkröte mit oder? ja ich auch pass auf gleich steht hier Polizei am Strand mit 20 Mann und wir kommen wo die Flupullen online sind es sind 4 Polizisten online es sind 4 Polizisten online 400 Meter von diesen hässlichen Dingen weg 130 bin ich noch ey wo hab ich denn bitte schön meinen ich hab auf den Markplatz gesetzt willst du dann hier Schildkröten fahren? könnte man machen wir sind viel mehr drüber dort ne? finde ich auch und drüben ist mein Thunfisch gut und nun herfahren dass er hat jetzt früher immer so gemacht äh das mobil ist beim selben Verkauf aber Protonenschutz mitgenommen ein paar Schildkröten hier hätten was du gefunden hast hast zwar weniger Geld gemacht auch war auch schneller fertig ja du kannst die Tutsche Schildkröten ja du kannst die Tutsche Schildkröten mit rum 16.100 hab ich grad mal bekommen für den Thunfisch für alles? ja aber brauchen wir noch nicht machen das bringt kein Geld 700 bringt einer nur da ist ein Bug irgendwo da ist ein Bug irgendwo oh mein Gott das brauchen wir nicht weitermachen ne ne kannst du gar nicht wir kommen 11.000 dafür bekommen weil das hat sich ja gar nicht gelohnt ich hab für Elementar 16.100 hat sich ja gerade gar nicht gelohnt ja eigentlich hätten wir ja hätte ich für Elementar 230.000 bekommen kommst du zurück zum Auto? ja das ist schon belastend gerade ne haben wir uns so viel Mühe gegeben wollen wir Schildkröten fahren? aber wir können auch rüber fahren erstmal kurz über den Marktplatz was ist mein Markt? ne was zum trinken holen ich hab trinken noch dabei egal ich hab trinken nicht das hat eben nicht geschmeckt ich will halt beim Marktplatz gucken was da noch so gibt ob da noch ein paar Leute chillen die mal so kurz trinken bevor wir rüber fahren Sebastian hier ist oder? wir können eigentlich nen LKW kaufen wir können eigentlich nen LKW kaufen und den LKW von der Schildkröten machen und drüben hinkriegen und verkaufen du kannst kein Auto fahren der Geländerwagen steht auch da hinten drin und kein Ziellift überhaupt keiner kann da sein ja der Marktplatz ist leer ja wir können nur PlayerUnknown's Battlecon eine Runde zocken ich mag das Spiel überhaupt nicht einfach mal probieren vielleicht macht es mehr Spaß vielleicht macht es mehr Spaß wenn du Leute hast mit denen du zusammenspielen kannst ich meine probieren ist überstudieren ich kann viel sagen aber wenn es dann mit mir dann häh? sobald ich gegessen habe nach dem Essen können wir dann gerne POB spielen und wann gehst du essen? denk mal so gegen die 18 Uhr rum also um 19 Uhr kommen wir ruhig dann lernen wir uns ja hast du ein Repair Kit? ja wir haben jetzt nen schnelleres Auto wir könnten nochmal ein paar Tankstellen ausräumen bisschen Adrenalin wollen wir machen? ja wo müssen wir lang? äh raus aus Kavala ich suche mittlerweile kurz was zu essen und auf yang die leise ist we das die die trompetat die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Max sagt, gibt's noch Max? Max sagt, wenn du da bist, man... Wie viele Sekunden? 120 Oh shit, ich hab noch ne Rohr Sardine in mir drinne... Ups, wenn die Polizei mich da durchsucht, das gibt's Ärger... Aussteigen... Bist du hinterm Haus? Nö... Ich stell mich da drüben hin, ja? Florian kommt auch? Ja... Mach mit, oder? Ja, ich guck zu... Das sind die Ablenkung... Ich hab die Ablenkung... Da kommt Florian, 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 Florian... Florian 13 an Florian 12, bitte komm Haben Sie den flüchtigen Tango gesehen? Ja Wie bitte? Ich gucke in beide Richtungen, sehe kein Fahrzeug Noch 50 Sekunden Jetzt ging das irgendwie schneller mit den Sekunden Nö Ich habe immer noch einen Zuschauer, konstant All I need is somebody Ich öffne mal wieder den Chat Ich werde auch kein Auto irgendwie ankommen, da kommt nichts Naja Florian, hast du eine Waffe? Nö Oh Danny Pro, guten Tag Danny Pro Ich meine, falls die Polizei kommt Wo hast du den Stream denn gefunden, wenn ich folgen darf? Wenn die Polizei kommt, dann denke ich mal, dann können wir ja direkt losschießen, oder? Dürfen wir eigentlich losschießen, nein Ne, dürfen wir nicht Was RP mit denen macht Aber wenn er einen Schuss schießt, so wie gestern, dann dürfen wir losschießen, oder? Ja, wenn du aufrecht schießt, dann schon So wie gestern Als er gemeint hat, der Schuss hat sich ausgeschlossen gelockert Wurde es dir einfach so angezeigt, wow Naja, noch 10 Sekunden Ok, gut Ja, ja Ich brauche mal so Twitch runterladen auf Helden, da kann ich mal wenigstens in den Stream reingucken Oh, 3 Zuschauer, 3 Zuschauer, ich war dir immer Famer Was noch fehlt, wäre das Overlay und dann streamst du mit OBS, das ist noch cooler 22.000 OBS sieht man zu viel Performance Na los Ich markiere schnell die andere Tankstelle Markieren, einfach fahren Ich gebe dir dann 11.222 Dollar Blo, kommst du hinterher? Ja, ich komme Also Tankstelle bringt wirklich viel Geld Oh, jetzt kommen die Cops Wirklich? Ehrlich? Ne, das ist ein normaler Sportremmer Oh, ich dachte schon Das war doch lustig Es könnte aber sein, dass die Cops auch eine normale fahren soll, Zivilfahrzeug Ne, eigentlich nicht Ja, schon, aber da waren jetzt nur Zivilisten, zwei Zivilisten Wie sahen die aus, sahen die normal gekleidet aus oder eher mehr so gepanzert? Normal Ja Borgling und Beste und so weiter Na komm Oh So, ich habe jetzt die ganze Zeit den Chat offen Und dann die Pause immer noch ein netter Zuschauer Alter Schwede War das die Polizei? Mit dem Panzerwagen Max Max Also das ist ein Schwarzer? Ja Das ist die Polizei Nein Ich habe nicht darauf geachtet Ehrlich? Wir sind eben voll an uns vorbei gedonnert Genau wie der Zivilwagen da Wo bist denn du Flo? Ich komme euch hinterher Bist aber noch ziemlich weit weg, ne? Na ja Mal kommen Öffne den Chat Öffne den Chat Willst du das schnell direkt einzahlen hier? Ja Die 11.000 dann aber gut Äh, jetzt bin ich vorbei gefahren, wa? Na, vorbeiter Äh, jetzt bin ich vorbei gefahren, wa? Na, vorbeiter Ich meine wir können uns beide verteidigen Wir haben beide eine S-Tah dabei Jo Oh Und so nutze ich noch eine Pistole Oh Ah 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 Scheiße, wie kann ich den Chat nochmal als Pop-up machen? Dann hab ich das auch hinbekommen Ach da Pop-up Hier blind bin ich Na komm Pop-up Pop-up So, ich habe jetzt zwei Pop-ups Gehst du Robben? Ja, warte Ja, warte Das muss grad alles hinschieben So, ich habe ein Pop-up mit den Zuschauern Und ein Pop-up, wo ich selber schreibe Wow Ausrauben 80 Sekunden 80 Sekunden Das war ich gerade Das war ich gerade Und sagen wir machen Hardcore ausrauben in die Pulten kommen Legt euch auf den Boden und wir knallen sie alle ab und runter Das sind grad mal Es sind grad mal Wie viele Pulten sind on? Äh Vier Ne, fünf Wie viele Sekunden? Noch 60 Circa Dober bist du? Der ist am Checkpoint Der ist am Checkpoint Der ist am Checkpoint Irgendwie backte grad alles rum Bad Data Filter Was soll das bedeuten? Wo steht das? Bei mir im Chat Steht bei Data Filter Ok, steig aus dem Auto aus und durchknall dich ab Wie bitte? Dass ich richtig verstanden habe, dass wir jetzt die Schlüssel für das Auto Hetz maul 135 Punkte, alter, wie kann das schaffen? Ok, da kommt gleich die Cops oder das Sportlimo zu euch hingefahren Die sind gleich da Wirklich? Äh, ja, die kommen aus, äh, von Checkpoint 2 aus Noch 20 Sekunden Die Cops oder das? Ja Ehrlich jetzt? Ja, die haben mein Reifen zerschossen Dir? Digga, du bleibst, wenn die kommen Sag über Dann Gibst du Gas Sind das Cops? Marvin, gib Gas Und tu so, als würdest du abhauen Die Cops kommen Wenn die Cops kommen, gibst du Gas einfach Ok, da kommt noch eine zweite Sportlimo Ok, die kommen, die kommen, die kommen Nehme mich nicht ernst, wenn ich Überfall rufe Sie verfolgen dich Boah, alter, Baguette hat mich fett umgefahren, was ist das für ein Wichser? Das ist richtig gut, die verfolgen dich Drei Hallo, ich war doch grad nur tanken Hallo, was sind sie denn für einer? Sie haben eine illegale Hut auf, das wissen sie schon, oder? 30.000 30.000 Das schmeckt mir nicht Die haben einen illegalen Hut auf, das wissen sie Wann nösten sie jetzt von mir? Ich komm gerne warten, ich muss gucken, ob ich aufgeschlossen hab Ja, aufgeschlossen wird Ich bin weg, Marvin Ja, ich hab aber keine Tankstelle ausgeraubt Ja, ich hab aber keine Tankstelle ausgeraubt Können sie hier gerne nachvollziehen und prüfen Ich bin der Herr Karl Rasur Warten sie mal ganz kurz, ich bin noch am Handy nebenbei Ich muss das Handy kurz auflegen Jungs, bleib mal bitte leise, okay? Jo Nochmal bitte Ja, können sie gerne machen Kann ich mein Auto hier so stehen lassen, geht das? Kann ich mein Auto hier so stehen lassen, geht das? Ja, wenn der Kollege nicht hört, dann kann ich nicht anders reden, mein Gott Ja, wieso tragen sie damit schon ne illegale Maske? Ja, sie sind Polizist und ich sollte ihr Gesicht sehen dürfen, das ist das Vermummungsverbot, das wissen sie Der hat ne Maske auf? Ja, hat er ne Waffe auf Maske auf Ähm, ich hab jetzt grade schon, sag ich mal, ein Beweisvideo gemacht gegen sie und ich werd dann auch zu ihrem Chef gehen und das melden Werd ich machen Es ist mir egal, sie können sie absetzen Kann es sein, dass der Server grade down geht? Wieso? Weil die alle bei mir rumwangen Weil mir wagt nichts rum, ich seh doch alle laufen Ja, mit wem soll ich denn jetzt mitkommen? Bist du abgehauen? Ich bin jetzt bei euch in der Nähe Ich bin jetzt bei euch in der Nähe Ich soll nämlich jetzt so, ähm, Dings kommen Jetzt so was? Aber hier, mein Auto wird nicht angefasst, mein Auto bleibt da stehen, ne? Damit sie alle Bescheid wissen Ja, mit wem soll ich jetzt mitkommen? Hallo, was ist da los bei dir? Da sind sechs Polizisten neben mir und ich, die, 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 die in alle meinem Auto, ich soll jetzt mit zum Tankwart kommen, damit der kontrolliert wird Wieso? Wo bist du? Ich hab's Sicht auf euch Ehrlich, bist du weit weg? Ne Ich schreib mal der SMS Das entschuldigen Sie Aber Warum Kidnappen Sie meinen Kollegen Und Ja, wie soll ich Ihnen das jetzt zeigen? Ich kann Ihnen nicht zeigen, wie soll ich das machen? Mein Name ist Karl Rasur, aber ich steh' nicht in der Erfahrungsliste, da ich nichts angestellt habe Ja, dann schauen Sie mal nach Ey, was passiert, wenn ich einfach abknarre? Ja, der M Du bist jetzt eigentlich Pass auf, wenn ich vorher calle, ich knall dich jetzt ab Du könntest sagen, nehmen Sie die Hände oder ich knall dich ab Die anderen Polizisten sind ja weit weg Ja klar, machen Sie ruhig Der redet nicht erst mal mit dem Schild jetzt Wirklich? Ja Der Kollege ist zivil unterwegs, wird man geschrieben Der würde ich wohl sagen, wa? Im Zweifel für den Angeklagen, hä? Ja, dann ist ja gut, da kann ich aber jetzt mit meinem Auto laufen, oder? Ja, aber wieso wollen Sie denn meinen Namen merken, wenn ich nichts getan habe? Ich hab ja einfach nur getankt hier Ja, aber wenn ich keine Fingerabdrücke geben will, dann möchte ich keine Fingerabdrücke geben, das ist gegen mein Zivilrecht Das weiß ich, ich hab ja auch nichts getan, deswegen weiß ich, dass es auch nicht weiter auf mich zukommen wird Einen schönen Abend Ja, ich brauche gerne mit niemand Der regt sich bestimmt voll auf, dass ich nicht der Schuldige bin Ich weiß Ich schreibe gerade mit ihm im Kopf Angeblich gibt es Abfahr Aber Abfahr gibt es nicht Wie bitte? Nein, Jungs, dann würde ich mal sagen, ich bin unschuldig, wa? Admin Vladi John Bauer Chanel Hallo Vladi Hallo Vladi Eine Abfahr, daran hat sich eh niemand gehalten an der letzten Zeit Ja, das merkt richtig, dass ihr jetzt zivil schon wieder unterwegs seid Ne, nicht nur ich Was ist denn mit einer Abfahr? Na ja, aber ich sag euch so, ihr habt den falschen Typen Wieso? Na ja, hat die Tankstelle nicht ausgeraubt Ja, ist doch nicht schlimm, bis in der RP kann man doch machen, ist doch nicht schade, oder was? Kann man doch machen, ist okay RP kann man doch machen, oder nicht? Da haben wir keine RP mehr machen heute Haben wir halt den falschen, juckt doch nicht Ein bisschen sprechen kann man doch immer, musst doch nicht direkt gleich ausrasten Wer ist denn das? Ich raste doch nicht aus Bist du das? Karl Rasur? Ja, ja bin ich Digga, du schreist richtig in dein Mikrofon rein, wenn du redest Warum? Keine Ahnung Das hört sich so an, als würdest du die ganze Zeit in deinem Mikrofon schreien Ist das von laut, oder was? Ja, Mann Sorry Das ist jedes Mal, wenn du antwortest, hört sich das so an Ja, was machen wir denn jetzt? Die ganze Zeit, Digga Haben mich auch gewundert, was ist dein Problem, Alter Wieso schreist du die ganze Zeit rum? Digga, wir waren wieder unten Stell mal deine Empfindlichkeit runter Hier, ich glaub der da hat das geklaut Ich glaub der da war Fladi, wir haben noch ein paar Bugs gefunden von uns Hauen sie, der haut ab Der haut einfach ab Sehen sie das? Der haut ab Admin Vladi left your Chanel Mensch, ich wollte grad Fladi von den Bugs erzählen Komm, nimm ich mit Wo bist du? Warte erst, bis sie weg sind Warte, warte, bis sie weg sind Bist du Vladi bei der Polizei, oder das? Fladi ist eigentlich Admin Fladi ist eigentlich Admin Nicht nur eigentlich, da ist Admin Ich hab' ihnen gesagt, der haut ab Ja und wir folgen sie dir Ey, das wäre aber schon zu auffällig, wenn ich... Mach auf! Die wissen doch, wer du bist, oder? Ja Da war auch nur SMS geschrieben, sie haben den falschen Typen Scheiße Das ist aber jetzt auffällig, wenn wir jetzt zunächst in den Tankstab fahren, oder? Genau Auf Oh, ich will mit ihm Denn... Mach auf! Hals Spacken, Alter Hals Spacken, Alter Geht noch, geht noch Ja muchach Ja Was der gemacht hat? Das ist auch verboten, also ist mir scheißegal jetzt. Er hat uns von der Straße gerammt, richtig hot. Was macht Florian? Schreckt aus und knallt den Typen ab. Wow. Ey, ich kann mit Lust, dass sie nicht drücken. Ist eh disconnected. Oh Gott, da kommen die Kopfschlieder zu euch. Ehrlich, kommen die gerade. Ja. Weg hier. Hau du ab, ich kann ja nichts dafür. Ich sag einfach, der ist gestorben. Beim Knall. Verziehen, verziehen mich. Mach jetzt eine illegale Straßensperre an der Fangstelle bitte. Der Typ, der hat mich von der Straße gerammt. Ich hab den doch gar nicht erschossen. Ich muss gerade irgendwie mein Auto reparieren, der hat mich einfach von der Straße gerammt. Ey, der eine Polizist sucht dich, der ist gerade hinten im Gebüsch. Hau, hau, hau ab. Mach ich auch. Er hat mich einmal von der Straße gerammt, der Typ. Digga, hau ab. Hau ab, die suchen dich jetzt. Ich bin schon übel weit weg. Okay, gut. Die fahren wieder los. Hau ab einfach. Versuch nicht gesehen zu werden. Die fahren jetzt in deine Richtung auf der Straße, auf der Hauptstraße. Ich bin nicht auf der Hauptstraße. Scheiße, die fahren jetzt. Ah, die halten da vorne an, die sehen dich irgendwo. Ich denke mal, die suchen dich jetzt am Feld. Siehst du überhaupt, wo ich bin? Ja, ich seh, ich seh dieses Dings, das, ähm, 8 Hektar. Und sind die Kops bei mir? Ne, die sind nicht bei dir, aber die halten da vorne auf der Hauptstraße. Ja, ich bin seit sehr weit weg von der Hauptstraße. Okay, gut. Ich renne hoch in die Wälder. Warte mal, warte mal. Die steigen geradeaus. Warte. Der Typ, der liegt einfach nur tot hier rum, ne? Ey, ich will, der hat uns einfach auf der Straße getränkt, ist uns herzlichen Schulden. Ey, der Typ wird mich auch eben vorne überfahren, Alter. Also, der Dandy sagt auch, oh lol. Ne. Warum darf ich hier keine Leichen durchsuchen? Komm, das war im nächsten Update. Also, du kannst das Geld ja, mit dem nächsten Update kannst du das Geld von den Leichen not looten. Und dann glaub ich auch so Waffen, oder? Nein, also, ja, doch so. Äh, die Polizei hat gerade ihre Autos wegspawnen lassen und die stehen jetzt da rum, die Polizei. Wirklich? Ja, da ist ein Polizist. Vor mir. Der steht einfach nur mitten auf dem Feld. Der steht einfach nur mitten auf dem Feld. Ist das ein Hauptkommissar? Warte. Ne, das ist ein Anwärter, Brian Smith. Das Beste ist ja, die haben Adver, obwohl es noch immer 15 Drops online sind. Kann ich die irgendwie mit hinnehmen oder so? Warum stehen sie hier so alleine? Ach, die wollten Straßenrennen machen, danke, dass sie das zugeben. Danke, dass sie das zugeben als Polizist, dass sie ein Straßenrennen machen. Dankeschön, das ist nämlich gegen ihre Vorsätze, Vorsätze und Dienst, egal, das gegen ihre Dienstvorschrift. Sie sollten sich lieber nach Gesetzen halten und nicht Straßenrennen machen, ja. Ich will sie nur noch mit entfernt. Gerade sie als Polizist, okay. Und da sie noch ein Anwärter sind, dann sehe ich davon ab, keine Ahnung, irgendwas gegen sie uns unternehmen, aber ihre Kollegen, das geht gar nicht. Wenn das angemeldet ist, ist Straßenrennen strikt gegen die Gesetze. Ich werde jetzt nicht weiterfahren, ich habe recht hier rumzustehen. Jetzt sagen wir, alles kommt noch mehr Cops. Einen was können sie mir erteilen? Einen Platzverweis. Ja schon ist er gut. Gossen. Jetzt hauen sie einfach ab. Wo bist du? 7 Minuten entfernt Geht's euch zu dir kommen? Ja Warte mal, warte mal Gut ist, dass es ja keine Ausdauer gibt Die Leiche liegt da immer noch auf dem Boden rum, der denkt bestimmt nach Hilfe oder so Ja, hat sich ein ausgelockter Typ Das ist scheiße Der hat sich abgeknallt und hat sich so gut ausgelockt Ja Der dachte sich bestimmt, den fahr ich rein, den kann nicht trollen, aber der dachte wahrscheinlich nicht, dass ich ne Wasser hab Und aussteckst du die dann abballerst? Weißt du, ich darf mir nur noch so einfach abknallen, einfach scheiß drauf Wie ist denn das, wenn er jetzt zum Support geht, er hat ja VDM gemacht und ich hab den abkennend gekriegt, dann genauso Ärger? Ja Ja, das zieht sich gegenseitig auf Ups Hat jemand von euch nen Dings? Repair-Kit dabei? Ich hab auch kaputte Reifen, deswegen hab ich jetzt ne Straßensperre bei der Tankstelle gemacht Bedeutet, wenn er gleich ne Sportlumme lang rast, fährt ich voll gegen meine Karre Ja Und die Leute halt dran verrecken Warum? Warum, weil gestern ist... Mir ist gerade mal aufgefallen, ich hab nen Repair-Kit gehabt, ne? Ja Repair-Kit, das ist nicht mal weg, ich kann das irgendwie unendlich lang benutzen Ah, die haben mich doch gesehen, wo ich wegrennt bin, die sollen mich nicht verfolgen Ja, die haben dich gesehen, deswegen hat der eine auch in den Busch geguckt Ah, die Polizisten Wieso knallen sie den ab? Ich hab den doch gar nicht abgeknallt, der ist nämlich reingefahren Ja, das haben wir gesehen Lustig Wir sind die Taucher-Gang Ich würd sagen, wir geben uns mal nen Clan-Tag Auf einem Namen-Tag Was werden mit GK-Grafiker? Ich hab Photoshop, ich hab After Effects, ich hab alles, was man dafür braucht Kannst du auch damit umgehen? Ja Kann ich Dann mach mal ein Beispiel, zum Beispiel Kann Twitch auch nen richtig guten Skin Hä? Weißt du nen Fahrzeug-Skin? Mach zum Beispiel nen richtig guten Folk Ah, das ist Red Bull Racing Red Bull Racing Red Bull Racing Red Bull Racing Limo-Skin für die Limo Nein Oder Hello Kitty Ich will so nen Red Bull Racing oder so Ferrari, weißt du? Ferrari oder Red Bull Racing Irgendwas mit Formel 1 Für diesen Auto, was so 300 kmh fährt Ein 100 war doch geiler Ey ey ey, ich werd bei der Tankstelle überfallen Ich werd bei der Tankstelle überfallen Du? Welche Tankstelle? Ja, bei uns in der Nähe Bei uns in der Nähe Du wirst da ausgeaubt Lacka, ich werd ausgeaubt Sollen wir hinkommen? Fahr mal da hin Wollen wir hinkommen? Ja Fahr hin Was sollen wir machen? Fahr hin Ich hab 22.000 bei mir Na und? Was schreibst du? Also, es sind insgesamt zwei Leute In nem gelben Gelände Bei nem gelben Geländewagen Ok, die haben dich gecallt? Ja, die haben dich gecallt Das heißt aussteig und wegsbrähen Das heißt aussteig und wegsbrähen Ich steig jetzt ein, steig ein Der ist als Fahrer schon eingestiegen Gib Gas, weiterfahren In eure Richtung fahren In eure Richtung fahren Die bleibt schön, bleibt schön Bleibt stehen In eure Richtung Weisbrähen die gleich raus Die drehen, die drehen Ich darf nicht so schnell aussteigen Nein Wo sind die? In den Busch reingefahren Wo sind die? Ja, die sind irgendwo reingefahren Irgendwo vorne links abgebogen Keine Ahnung wo die jetzt sind Sag, wir fahren weiter Sag lieber weiter Komm Karl, wir fahren weiter Warte, 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 warte Die sind hier irgendwo Ich hör die Ich hör die Ich hör die Die sind hier irgendwo Hey, ich geh kurz zum Ganger und hol mir ne Waffe Ich hab noch ne Pistole sonst mit dem Magazin Ja ne, ich hol mir ne Pistole Ich hab auch noch Die sind hier irgendwo, ich hör die Digga, ich sprinte vorne zu Antrittschuppen Guck mal, wir machen jetzt Taktik Ich geh hier Okay, mach das Ich geb dir Decken Okay, ich geh los, ich geh los, ich geh los Ich renne los, ich renne los Ey, ich kann nicht rennen, Alter Wieso kann ich nicht rennen? Okay, ich bin hier vorne Da wo du stehst, konnten sie dich wegsprainen Wenn sie so schlau sind Puh, die Bullen sind auf dem Weg Ehrlich? Ja Okay, dann hör du ab Du hast noch nen Verfolgungsbefehl, oder? Ja Wie, hau ab? Ja Ey, die wundern sich auch, warum ich immer dabei bin Fährst du grad mitm Auto weg? Steig ein Aua Wurde angefahren Scheiße Wurde angefahren worden Achtung, 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 Achtung Achtung Ich sprach einfach los, ist doch erlaubt dann, oder? Ja Ja Hätten die sich gecheckt, hätten wir sie rausgesprayt Guten Tag Wer ist denn da jetzt, hallo? Ne, der hat dem, der hat dem Sidegill gerade gelabert So, ich dachte gerade Alter, wie lange brauche ich zum Gang Hightout einnehmen Alter, wie lange brauche ich zum Gang Hightout einnehmen Ich hab den Bullen enttipp gefahren, wo ich hingefahren bin, so in Richtung Afeld, weil wir dann gerade zwei versungen Wala ist der, der dich überfallen hat? Wala? Hä? Wurde von Ole Müller und Michael H. überfallen. Was? Ole Ole, oh oh! Und weißt du, wer Michael H. ist? Das ist Tennis. Der Kopf-Tennis. Wirklich? Ja. Der scheiß Dumotyp? Ja. Und Ole kenne ich auch, das ist noch schlimmer. Ich bin erst bei 50% jetzt, Mann. Ah, da ist kein Kopf mehr. Ich brauche mal wieder Medi-Kit oder so. Bleib mal stehen, ich muss mal kurz aussteigen. Ich muss mich ganz machen. Ja, das einnehmen, das dauert kurz im Moment. Wie kann ich mich denn bitte schön selbst repairen? Wenn du ein Heil-Kit hast. Ja, ich habe keins mehr. Hat jemand Repack, also Heil-Kit? Komm her. Komm rein. Ich habe nur noch eins, aber... Kann ich mal laufen, Mannes. Geh mal noch ein Stück rein. Ich heile dich gerade, da kann ich nicht laufen. Wie weit bist du? Nein, nicht meine Limo abschleppen. Wer schleppt deine Limo ab? An der Tankstelle? Sind ja an der Tankstelle die Bullen. Ja, sind an der Tankstelle. Dann müssen wir hier abhauen, oder? Wenn wir im Ganghaut noch sind. Nein. Nein. Was? Deck meine scheiß Limo ab. Ich wollte so eine Straßensperre mit der Limo machen. Dann nehmen wir eben unsere. Und rauben dann damit aus. Wie weit bist du? Weißt du, ich möchte da nämlich so ganz unschuldig stehen. Und dann habe ich so eine Pistole dann dabei, ne? Und wir sitzen jetzt im Gebüsch. Dann baller ich die alle weg. Und Florian, wir sitzen im Gebüsch. Ja genau, wir machen so eine Taktik, Alter. Können wir heute Abend eigentlich richtig machen. Da überzeuge ich mein Graf, ähm, mein Dev, oder du überzeugst dein Dev, dass wir so eine Million bekommen für Ausrüstung. Und so rissen wir uns ein bisschen aus. Oder? Wann mal kommt die Bullerei? Nee, die ist weggefahren, oder? Nee, die fahren... Nee, die drehen, die drehen, die drehen, die drehen. Wie weit bist du, Florian? Ja, 95. Die Polizei kommt. Die Polizei kommt. Sie ist vorbei gefahren. Sie haben uns nicht gesehen. Das aber buggt richtig lange. Man braucht lange, um was zu öffnen. Kommt jetzt jemand, oder? Denkst du, da kommen gleich Leute? Ja, vielleicht. Das ist gerade die Datenbank, die so hängt. Da ist ein Auto vorbeigefahren, zivil. Keine Polizei, zivil. Keine Polizei, zivil. Du kannst hier oben keine Heelkits kaufen, scheiße. Boah, ich mach grad auch. Ja, das liegt an der Datenbank gerade vom Server, dass das hier so laggy ist. Was denn? Das braucht alles richtig lange zum Laden. Ja, das alles hier lange zum Laden braucht. Ja, das alles hier lange zum Laden braucht. Wir könnten dir Lockpicks kaufen. Ja, Lockpicks brauchen wir nicht. Polk 1 joined your Chanel. Oh, oh. Hallo Hulk. Er mault gleich Passnummer. Ich krieg hier grad richtig viele Fehlermeldungen reingeschickt oben. Was denn? Irgendwas mit einer Million steht hier. Florian left your Chanel. Warum steht das bei mir nicht angezeigt, obwohl ich diesen Kasten angeschaltet hab? Polk 1 left your Chanel. Max? Keine Ahnung. Ich hab diesen Kasten angezeigt, den du da hast. Vielleicht wird's nicht daneben angezeigt. Oh, grad hier, weil ich einkaufen wollte. Wo denn? Bei diesem Laden hier drin, oder? Unten. Ich will essen, trinken kaufen, aber das zeigt nichts an. Warte mal, jetzt sehe ich überhaupt nichts drin, Alter. Hier ist alles so dunkel. Ist der Hulk hier drin? Ist wieder gegangen. Ey, wo bist du denn? Unten. Ich muss die Gamma mal ein bisschen hochschrauben, Alter. Ich sehe überhaupt nichts hier. Ey, wieso kann ich nichts konfigurieren? Ich kann einfach nicht auf konfigurieren. Das lädt einfach übelst lange. Sag ich doch. Grafik. Zeige. Gamma. Ich hab die Gamma auf volle Karne gestellt. Ey, wo ist denn der Shop? Unten. Der war TM. Der braucht auch richtig lange zum Öffnen. Alles gerade. Ich denke mal, das ist die das. Ne, bei mir geht es recht schnell. Ich hab den grad geöffnet und der ist innerhalb von 1-2 Sekunden da. Nur der Gangmarkt dort. Alter, da wird mir gar nichts angezeigt. Doch, jetzt hier. Wasserflasch wird mir alles angezeigt. Ich glaub das sind nur bei euch zwei, aber da kommt ein Helikopter. Jungs, ich hör'n Helikopter. Hör' ich auch. Okay. Gefechtsschalz-Union Jungs. Komm, steig ein. Da ist von einer geflogen. Was für einsteigen, ich bleib' hier. Ich dachte wir von vorn machen Storz-Sperre. Da gewäh' ich nicht die Schlüssel sonst ja, wenn ich sie macht. Ich brauch' Dings. Was? Äh, ein bisschen mehr Leben, weil ich... Wir müssen mal so Tankstelle gehen, um mir Dings zu holen. Äh, Medi-Kids und so. Ja, wie viel kostet? Weiß es nicht. Ach, ich muss erstmal mein Geld wegpacken. Ich hab' noch die 22k einstecken. Ihr habt bestimmt grad Eierbaumeln, deswegen ist es weggefahren. Oder? Oh ja. Ja. Ich hör' ein Auto. Ich hör' ein Auto. Hörst du's auch? Ist weitergefahren. Ja? Ja. Ich schieb' da immer Paras, weißt du, wenn irgendwas kommt. Jetzt komm, ich steig' ein und dann ab. Florian, join your Chanel. Was wollt Kalk? Ich hab' noch ein bisschen mit ihm geredet, äh... Ich bin jetzt die neue Grafikleitung. Wirklich? Ja, wir nicht. Ey, mach doch mal auf. So. Da kommt ein Auto zurück. Kommt zurück. Ja, und was? Ja, das ist genau. Was hast du jetzt da für Recht in dem Sinne als Grafikleitung? Ja, dann gucken wir mal. Aber mit Skins und so weiter, sagen wir jetzt nicht so Hulk belästigen. Also Hulk nicht über Skins ansprechen. Okay. Von. Von. Ist schwer, wenn wir dieses gelbe Auto sehen dürfen, dann direkt weiter rein sprayen. Nein. Wir haben ja keine aktive Verfolgung. Boah, nicht Joel eigentlich die Leitung? Nee. Wie machst du? Was? Also... Wollen wir hier Straßensperre machen, oder? Ja. Also wir haben das hier mit Joel so gemacht. Joel ist ja hier schon, äh, hier Wehrleitung. Also der hat ja, der ist ja schon die Leitung bei der Feuerwehr, ne? Und deswegen übernehme ich jetzt hier die Leitung. Brauchst du hier geradeaus? Nein, ich kauf mir. Ich hab kein... Ich hab kein... Ich will aber nicht, dass mein Auto beschlagnet wird, oder so, ne? Nein, nein, wir werden... Ja. Wir können eh mit der Polizei reden. Nee, ähm... Weil ich hier alle Designs auf... Ich raub aus. Ne, ehrlich jetzt? Ja. Ach mein Gott, Digga. Brauchst du auch aus, Alter? Hä? Hallo, wir wollten die nur mal machen, dass ich hier überfallen werde von irgendjemandem, und dass wir die dann einfach niederstrecken. Ja. Aber ich werd schon gesucht weg ausrauben. Dann macht das eh nicht mehr jetzt auch nicht mehr. Ja, okay, dann Dings. Dann lauf... Dann fahr lieber weg. Dann lauf lieber weg hier. Ja, lauf du weg. Wir hauen ab. Ey, ich... Ne, ich verarsch die. Ich fahr nicht weg. Ich bin ja nicht... Ey, wenn die Bullen kommen, fahrt eh noch von euch weg und tut so als wäre er. Ihr steigt zu zweit in das Auto ein und haut dann ab. Ja, machen wir. Ja, ich... Ne, ich verarsch die Cops. Nein, wenn die Cops kommen, steigst du schnell ein und dann hauen wir ab. Dann fahren wir ein paar Meter weiter und dann bleiben wir stehen. Okay? So dass die und dann herfahren. Dass ich in denen abhauen kann mit dem Geld an. Ja. Ja. Also wenn sie kommen, steigst du schnell ein, ja? Noch 70 Sekunden. Ich muss jetzt schon bald auf wieder. Ey, dann ist immer noch Zuschauer. Wow. Oh. Hast du... Hast du... Wie du musst auf... Hä? Darfst du nur so und so lange online zu holen? Nee, aber ich würde Pause jetzt irgendwann zwischen demnach haben. Da kommt ein Auto angefangen von vorne. Was kommt da? Den Samark, Alter, sah von Weitem aus wie ein Hunter. Ich dachte schon, noch eine Minute. Äh, der fährt langsamer. Alter, die Tankstelle war auch richtig lange. Der Timer... Der Timer braucht zwei Sekunden pro Sekunde. Hast du den Typen gesehen gerade? Ja, ich glaube, das war Chuty. Wer ist Chuty? Warte mal. Wer ist Chuty? Äh, kennst du wahrscheinlich noch nicht. Ist das ein Mädel? Das ist ein Mädel. Hehehehe. Das ist der berühmtesten hier auf dem Server. Wieso berühmt? Naja, leg dich mal mit Chuty an, dann weißt du's. Ich glaube, 15 hatte sie auf Zero um die 4000. Wie viele was? Sie hatte 4000 Stunden auf Zero One gespielt. Die hatte 300 Millionen auf dem Konto. Das heißt, die ist, sag ich mal, Bro-Gamerin. Kein anderes Leben oder was? Die ist paarundvierzig. Okay, kein anderes Leben. Hat ne Stunde, äh, ne Stimme wie keine Ahnung was. Also, richtig brüchig mit die. Also, trotzdem lustig. Und die legt sich mit jedem an. In Twitch streamt. Keine Ahnung, wer die streamt eigentlich nicht. Wenn ich die wegknalle, knall ich sie weg, fertig. Wie der Typ von uns? Ja, was denn? Der war selbst dran schuld. Er hat dich weggerannt. Das ist so gut gefühlt. Hey. Sollte angezeigt, dass ich zwei Zuschauer habe. Aber was sind die Zuschauer? Er wollte mich dann noch überfahren. Zum Glück habe ich vorher noch losgeschossen. Oh, da kommt eine Sportnummer. Da kommt die Polizei. Steig ein. Steig ein. Ich habe noch 15 Sekunden. Das Fahrzeug mal zu machen. Natürlich, Herr Oberwachmeister. Wird gemacht. 10 Sekunden. Wieso soll ich mich umdrehen? Durchsuchen dürfen sie mich eh nicht. Nein, dürfen sie auch nicht. Sie dürfen mich nicht festnehmen. Das ist gegen ihre Dienstvorschriften. Sie dürfen mich nicht festnehmen. Wie bitte? Sie müssen erstmal kontrollieren, ob ich überhaupt den Tanksteller ausgeraubt habe. Ja. So, ich bin weg. Also, kurz um sie aufzuklären. Sie dürfen mich nicht festnehmen. Das ist gegen ihre vorgesetzten Dienstvorschriften bla bla bla, was weiß ich. Paragraph irgendwas gegen keine Ahnung was. Das verstößt gegen ihre, ja, Durchsetzungskraft. Ihr Kollege, hört doch mal auf. Scheiße zu bauen, hört doch mal auf die Polizei. Wen wolltest du jetzt festnehmen? Ihn oder mich? Ey, wenn der Polizist ihn tasert, darf ich ihn einer anderen niederstrecken? Ja. Weil er ankündig betasern. Okay, dann komm mal her und treck die mal nieder. So als Ablenkung. Von hinten aus dem Busch raus. Ja, aber ich habe eine Lizenz. Sie können zum Tankstellenwart gehen und sie können auch kontrollieren. Ich komme auch gerne mit. Ja, okay. Hier. Mein Name ist übrigens Karl Rasur. Damit sie es wissen, der berüchtete Karl Rasur. Und dass ich mit Waffe aussteige, ist ja so, dass die Waffe, während ich im Auto sitze, auf dem Backpack ziemlich unbequem ist. Deswegen habe ich die Gant auf meinem Schoß liegen. Totschlag. Das kann ich mir erklären. Der Typ, der mich in mich reingefahren ist, der ist frontal in mich rein, das kann sogar mein Kollege mir bezeugen. Hab ich auch alles auf Video. Und den Polizisten von vorhin auch. Und die Polizei von vorhin auch. Die sind dann auch einfach weggefahren. Die haben da nichts gemacht dagegen. Der ist gegen mich gefahren und... Wie soll ich... Wer soll denn jetzt von der Straße runter? Ich oder? Wie viele Polizisten sind bei dir? Ja, auf jeden Fall... Drei Stück. Auf jeden Fall ist der gegen mich gefahren, frontal. Ich hatte einen Schaden und der ist gestorben im Auto. Ich kann dafür nichts. Ich habe sie alle in Sicht. Aber auf jeden Fall nicht wegen uns. Sie können... Wir haben getankt. Das kann ja nur ein Zufall sein, dass da irgendwie... Ja. Ja. Ja, das Auto schluckt viel. Ihr könnt ja mal nachgucken. Ich weiß ja nicht, sind die Kfz-Marschadroniker? Ja, dann ist gut. Darf ein Polizist eigentlich eine Maske tragen? Nein. Warum tragen sie eigentlich im Dienstle Maske, junger Mann? Warum tragen sie im Dienstle Maske? Wer ist der Bulle? Äh, David Holz. Doch, ne. Ja, das ist doch... Das ist ja nicht verboten, dass ich wegfahre, oder? Sie haben ja Blaulicht angehabt. In dem Moment, wo sie Blaulicht anhaben, darf ich ja losfahren. Erst wenn sie sagen, ich soll rechts ranfahren, muss ich ja rechts ranfahren. Ja. Ja. Passiert das halt, das Zweite, weil das halt ein Zufall. Natürlich haben wir Waffenschein. Sind alle, wo die sitzen, bei dir? Ja, die sind bei mir. Natürlich können sie den haben, hier. Ich hab's. Ich sind zwei. Einer stirbt jetzt ins Auto. Einen könnte ich töten, einer du und dann den anderen. Florian ist auch gemütet. Wollen wir die töten? Kommst her, einer du, einer ich und dann den anderen. Bist du gefesselt? Nein. Die müssen dich taser oder fesseln, dann darf ich sie abballern. Oder du musst das ankommen. Der hat auch Flo getasert eben und gefesselt. Ja? Der Flo ist gefesselt. Flo ist gefesselt? Ja, Flo ist gefesselt. Jetzt sind aber alle wieder draußen. Einer steht direkt neben mir und einer bei Flo. Den einen könntest du von dort wegnehmen. Ich bin grad in der Mauer. Wie bitte, das ist was nicht? Nein, 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 nein. Der ist ordnungsgemäß und den können sie auch mir wegnehmen. Das, nein. Das ist ordnungsgemäß, ist der... Wie bitte? Einen Scheiß werde ich machen. Holst mir einen Vorgesetzten dazu. Natürlich, ach, was ist das für einer, der will mir meine Waffen schon entziehen. Warum? Der sagt, der wäre nicht gültig. Nein, Holger, dann sehen wir uns bei seinem Vorgesetzten. Ähm, Sie können ja gerne mal in den Funk kommen und dann... Kommen Sie mal gerne in den Funk oben in den Ant-Mitratoren-Bereich. Dann reden wir dort weiter. Nein. Ich hab das Fahrzeug in den Funk oben in den Ant-Mitratoren-Bereich. In den Funk, bitte. Kommen Sie einfach bitte da hoch, dann reden wir dort weiter. Dann reden wir weiter, wie Sie handeln dürfen und wie nicht. Ich seh keinen einzigen Bullen. Außerdem bei dir. Das ist mir egal, kommen Sie bitte in den Funk. Sie wissen, was ein Funk ist. Ich kann Sie niederstricken. Mach mal bitte, mach mal, mach mal. Wirklich? Mach, 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 mach. Florian, komm zu kurz. Dann kommen Sie... Mach mal, dann kommen Sie zu dir, dann laufen Sie zu dir. Ja, warten Sie bitte ganz kurz. Ich müsste kurz mit jemandem sprechen. Max? Ja. Ja. Weck sie nieder, dann kommen Sie zu dir gerannt, dann strecke ich die auch nieder, weil die dann abgelenkt sind. Ah, dürfen die jetzt einfach niederstricken? Deswegen sagen Florian kurz zum TS, komm. Florian, bist du gefesselt? Florian, bist du gefesselt? Schreib ein Ja oder Nein rein. Nicht mehr. Wenn Ja, dann knallen wir die ab. Nein, ich bin nicht gefesselt. Mach mal was dazu gefesselt. Fesseln ist keine aggressive Handlung. Aber tasern. Es wurde gesagt, du wurdest getasert. Ja, ich wurde vorhin getasert. Mach mal. Renn mal weg, dass sie dich tasern. Sollen wir sie niedersprayen? Nein, bitte. Ja, mir ist das Latte, wenn ihr wollt. Okay, mach mal. Renn mal weg, dass sie dich tasern. Okay, Herr Polizist. Also. Ich hab keine Sicht mehr. Was soll ich jetzt machen? Waffe auf den Boden legen. Warum soll ich jetzt die Waffe auf den Boden legen? Also, ihr sollt mal weg von dem Gippisch kommen. Lauf mal ein bisschen zum Polizeiauto mehr. Ach, darf ich sehen. Ich könnte nie das bohlen. Ja, mach, 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 mach. Mach einfach, mach einfach. Die sind dann abgelenkt. Scheiße, wo ist er hin? Ja, warten Sie ganz kurz. Ich muss grad schauen, wie ich das mache. Renn sie weg, bevor sie mehr Waffen wegnehmen. Mach jetzt schnell. Du musst sie callen. Was machst du? Du musst sie callen. Warum muss ich callen? Sieh die Waffe und callen. Wie bitte? Sieh die Waffe und callen. Ja, und dann werde ich getötet, oder das? Ich darf sie jetzt nicht einfach wegsprainen. Warten Sie kurz. Warten Sie kurz. Ja, das war falsch. Hab keine Sicht mehr. Sag mal, Flo, der soll abhauen. Warten Sie ganz kurz. Ich krieg dieses Scheiß-Menü nicht ge... Ach, was? Was für Menü genau. Mein Handymenü nicht geöffnet. Flo, du musst fliehen. Wir brauchen irgendwas zur Ablenkung. Ganz kurz einen Moment bitte. Ich... Danke. Äh, hallo. Mein Kollege ist gerade abgehauen da hinten. Jetzt. Hier wird geschossen. Nichts. Nein. Was? Das ist jetzt noch ein bisschen weg. Ich bin echt einfach ein bisschen weg. Wie? Ich bin, wir dritt. Ich bin dran, das ist ein bisschen weg. Und dann ist in der Jungs ... Kacke, man, die ist ja nur für Schildkröten gut. Ich glaube, das machen wir nochmal weg auf uns bessere Waffen. Florian, du musst mal überzeugen, dass wir ein bisschen Geld bekommen. Kannst du das bis heute auch arrangieren? Ich hole erstmal Leute, jetzt erstmal Hilfe rufen, ja? Ich pausier mal kurz.